moin ladies and gentlemen ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen airsoft video begrüßen und wir schauen uns in zusammenarbeit mit der firma g&g sowie dem softairstore.de die brandneue g&g sgr 556 an und wer diese ganzen neuheiten etwas verfolgt die letzten die letzten eineinhalb bis zwei jahre weiß dass wir hier nicht das standard 08 15 ar 15 modell haben sondern in diesem modell steckt jetzt das brandneue g&g g3 split gearbox design drin bedeutet wie bei ICS auch zweigeteilte gearbox ihr könnt das modell wie bei einer scharfwaffe einfach aufklappen ihr könnt die upper gearbox rausziehen federschnellwechselsystem ist drin brandneues efcs system mit optischen sensoren sogar zum programmieren oder zum einstellen innovatives hop-up system und dementsprechend wird das ganze wahrscheinlich von der technischen seite heute leider wieder etwas umfangreicher wem das video zu lang geht ihr wisst bescheid wie immer kapitel unten in der video beschreibung schaut euch letztendlich nur das an was euch einmal interessiert so jetzt wie gesagt wird ein bisschen länger macht euch vielleicht ein bierchen auf und los geht's beginnen wir dieses video erst mal wieder mit dem lieferumfang wenn ihr euch diese sgr 556 einmal besorgen solltet ist im karton enthalten ein ellenlanger g&g katalog den ihr 5000 mal aufhalten könnt und damit wahrscheinlich tapezieren könnt gut wenn es interessiert hat ein katalog und dann eben auch wieder von g&g eine extrem gute gebrauchs- und sicherheitsanweisung das ganze auch wieder in mehreren sprachen zum beispiel japanisch englisch französisch spanisch aber nicht deutsch ihr solltet also ein kleines bisschen englisch können aber das meiste ist auch über bildchen einmal erklärt warte mal wo ist ein englisch hier ist englisch wie gesagt überall ein bildchen dabei bedeutet auch wer jetzt nicht so gut ist im englischen kurz reinschauen das meiste ist natürlich selbst erklärend wie gesagt sehr sehr gute gebrauchs- und sicherheitsanweisung so hat dann ebenfalls enthalten laufreinigungstab ist dabei und 120 schuss polymer mit cap magazin so dann gibt es noch einen punkt ihr habt jetzt bei diesem neuen g3 system eben dieses dieses ja diese neue etu beziehungsweise das neue fcs system drin und dieses könnt ihr von außen mit so einem kleinen remote controller beziehungsweise mit so einer kleinen fernsteuerung von außen einmal einstellen soll jetzt hier muss ich euch leider sagen ich habe hier ein preview modell bekommen bedeutet hier kamen vor keine ahnung zwei monaten ungefähr sind zwei modelle nach deutschland gekommen eins war jetzt bei der ptb zum zulassen und ein modell habe ich jetzt erhalten für dieses review bei diesen beiden mustern ist aber bei der beim fcs system oder bei der etu alles komplett gelockt bedeutet hier mein modell läuft nur semi only und ich kann diesen remote controller aktuell nicht verwenden bedeutet alle funktionen sind hier komplett gesperrt das soll aber im auslieferungszustand laut g und g nicht der fall sein bedeutet wenn das ding dann mal in einem monat oder in zwei monaten vielleicht irgendwann mal auf dem deutschen markt erscheint dann werdet ihr ebenfalls diesen ja diese fernsteuerung verwenden können könnt dann den abzugsweg einstellen könnt es precocking einstellen und könnt ebenfalls die diagnose funktion direkt über diese fernsteuerung machen das ist eben bei meinem modell leider noch nicht möglich inwieweit man das braucht gut für deutschland semi only der abzugsweg wäre für mich interessant zum einstellen alle anderen funktionen wie den burst modus auto ja full auto ist für uns natürlich ja nicht wirklich relevant für österreicher schweizer aber oder für allgemein zuschauer aus dem eu nachbarländern wie gesagt ihr könnt letztendlich alles hier über diese fernsteuerung von außen dann einstellen finde ich ein nettes gadget ist eben im lieferumfang enthalten da werden wir dann gleich ein bisschen detaillierter darauf eingehen was ihr da einstellen könnt und wie ihr auch diesen controller an das modell einmal bindet so dann natürlich euer modell selbst sgr556 ist ebenfalls bestandteil des lieferumfangs nur hier oben drauf rotpunkt oder leuchtpunkt visier uh1 gen 2 natürlich nicht enthalten auch das fake beziehungsweise dummy light lichtattrappe ist natürlich ebenfalls nicht enthalten bei den technischen daten gibt es nicht so viel durchzusprechen datenblatt blende ich euch drüben wieder ein gut standard 14 mm links gewinnt ist selbstverständlich bedeutet schalldämpfer attrappen oder tracer problemlos möglich nur das gewicht für eine 14,5 zoll version doch ein kleines bisschen höher im vergleich zu anderen modellen bedeutet hier liegen wir bei anderen hersteller bei anderen modellen meistens bei einer vollmetall variante immer so bei circa 2500 bis 2800 gramm so circa ohne montiertes zubehör selbstverständlich hier liegt also die sgr556 bei 3000 gramm beziehungsweise drei kilogramm minimal ist ein kleines bisschen schwerer so und dann seht ihr ebenfalls im datenblatt drüben den preis gebe ich mit circa an denn wie vorhin schon gesagt hier handelt es sich um ein preview modell bedeutet ein modell liegt bei der ptb ist zugelassen und ein modell habe ich jetzt erhalten den preis weiß ich aber noch nicht ich gehe jetzt ganz stark davon aus wenn man mal bei den anderen shops in der eu reinschaut da liegt das modell bei circa 490 bis 500 euro da bei uns in deutschland aber noch die ptb zulassung auch noch mit dazu kommt schätze ich einfach mal ganz ganz grob dass wir circa bei 550 bis 580 euro liegen werden und das vergleiche ich auch gerne mit einer ICS mp5 ebenfalls mit split gearbox und pipapo die lage das letzte mal im review bei 630 euro also wie gesagt ich schätze einfach mal ganz grob 550 bis 580 oder so unter 600 circa wie gesagt circa so leute und dann lasst uns ebenfalls ganz kurz über die etu sprechen beziehungsweise über diese kleine fernsteuerung die im lieferumfang enthalten ist hier vorhin schon kurz angesprochen ihr könnt eben im ausland natürlich also österreicher schweizer frankreich niederlande ihr könnt natürlich alles hierüber einmal einprogrammieren denn bei euch für dieses modell selbstverständlich auch full auto und burst je nach einstellung einmal schießen können in deutschland aber nicht ebenfalls könnt ihr den abzugs weg in drei stufen über diese kleine fernsteuerung einmal einstellen bedeutet möchtet ihr den abzug sehr weit vorne haben möchtet ihr in der mitte haben oder möchtet ihr ganz hinten auf anschlag feuern auch das könnt ihr letztendlich über diese fernsteuerung einstellen ebenfalls die bolt catch funktion seht ihr hier oben im eck auch diese könnt ihr ja deaktivieren sozusagen bedeutet im regelfall wenn ihr das modell ganz normal ohne einstellung betreibt dann schießt ihr das magazin leer dann hört das die elektronik automatisch auf zu schießen bedeutet die elektronik sieht okay keine kugeln mehr drin magazin leer ihr müsst nachladen und müsst dann letztendlich den verschlussfang hebel einmal drücken wie bei einer scharfwaffe damit es wieder weitergeht nach dem nachladen auch das könnt ihr hier oben einmal deaktivieren bedeutet ja die waffe würde aufhören zum schießen aber ihr müsst zum beispiel den bolt catch lever nicht drücken also einfach neues magazin rein und weiter feuern dieses feature komplett deaktivieren ist leider über die elektronik nicht möglich um jetzt trocken feuern zu können müsst ihr letztendlich nur den bolt catch lever einmal gedrückt halten und dann sind sozusagen auch leerschüsse möglich so und genau dieses feature mit den leerschüssen möglich mit dem bolt catch lever da möchte ich noch kurz im detail darauf eingehen denn gerade die programmierung bzw wie in die programmierung reinkommt und wie ihr die fernbedienung mit der elektrone koppelt ist in der anleitung ja nicht falsch aber nicht gut beschrieben muss ich sagen bedeutet in der anleitung steht um überhaupt in die programmierung vom efcs system reinzukommen müsst ihr ein voll geladenes magazin einlegen und ein akku anschließen und dann sollt ihr halt aufpassen denn wenn ihr auf semi einschuss abgeht kommt natürlich eine kugel vorne raus gefeuert und das ist aber nicht nötig bedeutet könnt ihr komplett darauf verzichten ihr müsst jetzt um zum beispiel die fernsteuerung mit der etu zu verbinden oder zu koppeln letztendlich nur den akku rein dann schaltet ihr das ganze auf semi um jetzt würdet ihr natürlich einmal abdrücken dann lockt die elektronik da keine bb drin ist ja aber wie gesagt ihr könnt einfach den bolt catch lever einmal drücken dann braucht ihr also keine bbs drin ich zeige es euch mal ganz kurz wie das vonstatten geht wie gesagt wenn die knifte neu ist müsst ihr das ganze pairn oder koppeln dazu am akku anschließen dann geht ihr in den auf semi oder auf einzelfeuer drückt einmal den akku und drückt 8 drückt einmal den akku drückt einmal den abzug und haltet diesen für fünf sekunden gedrückt danach kommen drei kleine so pieptöne und dann seid ihr in der programmierung drin hierüber könnt ihr auch über den abzug dann zum beispiel das precocking einstellen zeige ich euch dann später aber jetzt eben um das um die fernbedienung zu koppeln drückte jetzt in der programmierung sechs mal den abzug wobei der sechste der sechste weg nach hinten gehalten werden muss also fünf mal 1 2 3 4 5 und den sechsten haltet ihr dann dann kommt ein sehr langer piepton und wenn dieser lange piepton kommt drückt ihr einfach auf der fernsteuerung einmal auf den reset knopf drauf und dann wird quasi das miteinander verbunden erst dann könnt ihr letztendlich diese fernsteuerung nutzen wie gesagt das ganze ist leider bei meinem preview modell nicht möglich denn meine elektronik ist komplett gelockt also das ding kann letztendlich nur semi schießen ich kann hier nichts einstellen ich kann kein ja kein abzugsweg einstellen ich kann ja ich komme nicht in die diagnosefunktion rein ist ein kleines bisschen schade wie aber vorhin auch schon angesprochen g&g ist dabei das ganze für die massenproduktion bereits ein bisschen zu fixen damit man auch den abzugsweg und pipapo hierüber einstellen kann später so und dann habe ich euch gerade schon gesagt ihr könnt eben auch ohne jetzt dieses diesen controller könnt ihr ebenfalls das pre cogging einstellen bedeutet wir werden uns später bei den allgemeinen informationen anschauen die zyklenzeit standardmäßig im semi liegt mit dem originalsystem bei einem vollgeladenen 11,1 volt akku bei 70 millisekunden ist also im vergleich zu anderen modellen minimal ist ein kleines bisschen langsamer jetzt könnt ihr aber auch sagen gut ich möchte es ein bisschen zackiger haben und gebt dementsprechend etwas pre cogging also ein kleines bisschen vorspannung auf das system drauf auch hier geht er genauso vor bedeutet ihr schaltet erstmal auf semi um drückt den abzug und haltet diesen einmal für fünf sekunden dann seid ihr wieder in der programmierung drin würdet ihr jetzt pre cogging aktivieren wollen drückte den abzug eins zwei und haltet den zweiten lange gedrückt auch dann kommt wieder ein signal dass es bestätigt ist dann gebt ihr zwei drei schüsse ab und dann merkt ihr schon vom ansprechverhalten dass pre cogging aktiv ist jetzt denkt ihr euch ja aber pre cogging dann ist ja die feder die ganze zeit komprimiert richtig bedeutet wenn ihr dann fertig seid solltet ihr das ganze wieder auf standard umstellen bedeutet auch wieder semi abzug einschuss lösen gedrückt halten wieder in die programmierung rein und dann letztendlich nicht zweimal sondern nur einmal für drei sekunden den abzug hinten halten und dann ist das system wieder auf default settings bedeutet ihr könnt dann wieder zwei drei schüsse abgeben und die feder ist komplett entspannt würdet ihr das modell kontinuierlich im pre cogging modus betreiben und auch so lagern und transportieren dann wird eure federspannung relativ zeitnah ein bisschen nachlassen da die feder die ganze zeit eben komprimiert wird bedeutet das sei dann nach vielleicht ein zwei monaten sei dann nicht mehr bei 1,5 joul sondern vielleicht bloß noch bei 1,3 joul oder 1,5 joul bil company Somit haken wir den Krono-Test ab und jetzt lasst uns noch im Detail über das Thema Energieabgabe und vor allem Volumen und dann später auch Thema Hop-Up sprechen. So, der erste Punkt ist, was ihr im Krono vielleicht gesehen habt, die Energie ist erstmal relativ konstant, 1,5 Joule mit 2 Meter pro Sekunde Differenz. Das ist okay. Was ihr aber auch bereits gesehen habt, bei 0,3 Gramm fällt die Energie bereits minimals ein klein wenig ab. Bedeutet, hier langt das Volumen oder das Verhältnis zwischen Zylinder und der Lauflänge und dem Laufinnendurchmesser von 6,08 Millimeter für schwere BBs nicht aus. Hier haben wir also 330 Millimeter, 6,08 Millimeter Lauf in Kombination eines Typ C Zylinders, also mit Volumenreduzierung. Wenn ihr jetzt hier höher gehen möchtet auf 0,3, 0,32, 0,36 Gramm BBs, dann müsst ihr eben den Zylinder oder empfehle ich zumindest den Zylinder durch einen Typ F zu ersetzen. Denn lieber hat man ein bisschen zu viel Volumen oder ein bisschen zu viel Luftmenge drin wie zu wenig. Dann allerdings wieder auch aufpassen, dann wird euch das Modell natürlich creepen. Bedeutet, wenn ihr dann 0,2 Gramm BBs reinpackt, dann wird erstmal die Schwankung minimals höher sein, da ihr viel zu viel Luft drin habt. Aber ihr werdet gleichzeitig mit 0,3 oder 0,32 Gramm mehr Energie rausbekommen. Müsst ihr eben aufpassen, je nachdem mit welcher Kugelgrammatur auf dem Spielfeld gekront wird. So, natürlich hat auch dieses Modell, zeige ich euch später, Split Gearbox, ihr könnt es aufklappen und habt hinten ein sehr schnelles und zugängliches Federschnellwechselsystem drin. Bedeutet, wollt ihr weiter runter von der Energie oder ein bisschen weiter hoch, dann ist das auch sehr benutzerfreundlich und schnell umsetzbar. So, man merkt also auch hier, dass das Modell letztendlich von G&G nicht für diese hohen Kugelgrammaturen einmal ausgelegt ist. Bedeutet, hier würde ich fast sagen 0,25 bis 0,28 und genau hier macht auch das Hop-Up System noch mit. Lasst uns also im Detail über Thema Hop-Up sprechen. Dazu drehe ich jetzt das ganze Modell mal ein ganz kleines bisschen in die Kamera rein, circa so. Denn ihr habt hier nicht wie üblich eine Rotary Hop-Up Kammer drin, bedeutet das Hop-Up wird jetzt hier nicht durch den Auswurf eingestellt, sondern das Hop-Up wird hier vorne direkt an der Gasabnahme eingestellt. Hier muss ich zunächst mal sagen, zwar geil umgesetzt von G&G, aber es wäre sogar nochmal etwas benutzerfreundlicher gegangen. Denn eventuell könnt ihr sehen, ihr habt hier vorne letztendlich eine Schraube drin und ihr benötigt hierfür entweder ein Centstück oder einen Schlitzschraubendreher, um hier vorne es Hop-Up einstellen zu können. Also ohne Werkzeug oder ohne irgendwie Tools nicht möglich. Da hätten sie meiner Meinung nach diese Schraube einfach ein kleines bisschen länger machen können, damit sie aus dem Vorderschaft rauskommt, dann schön gerendelt und dann hätten wir hier einfach mit den Fingern von vorne einstellen können. Haben sie aber nicht gemacht, dementsprechend braucht man hier ein Werkzeug zum Einstellen. So und dann hat das Modell bei mir jetzt circa 1000 Schuss durch und ich habe auch wieder ein bisschen rumprobiert, welches Kugelgewicht eignet sich denn mit dem Original-Hop-Up-System am besten. Und hier, wie gerade schon gesagt, hier ist das Modell für 0,28 Maximum eigentlich ausgelegt. Bedeutet ja, ihr könnt auch 0,3 Gramm BBs verwenden, müsst dann aber bereits mit dem Hop-Up auf Maximum gehen. Und selbst dann verliert ihr im Vergleich zu 0,28 bereits ein paar Meter an Reichweite. Hier halten wir also fest, das Hop-Up an sich arbeitet wirklich gut, aber nur mit relativ leichten BBs. Gut, relativ. Ich weiß jetzt nicht, wie in Asien gespielt wird, aber für 0,3 und 0,32 Gramm BBs eignet sich das Hop-Up-System standardmäßig leider nicht. Möchtet ihr also 0,3 oder 0,32 verwenden, dann müsst ihr auch wieder hergehen und müsst das Hop-Up-Bucking sowie den Hop-Up-Tensioner im besten Fall einmal wechseln. Am besten irgendwie vielleicht durch ein R-Hop-Bucking oder irgendwie sowas, damit ihr eben auch mit schwereren BBs die Reichweite rausbekommt. Wie gesagt, Hop-Up out of the box mit bis 0,28 arbeitet super. Auch vom Streukreis her super, gibt es gar nichts zu kritisieren. Nur eben, wenn ihr schwerer gehen wollt, dann eignet sich das Hop-Up hierfür leider nicht mehr. Dann lasst uns weitermachen mit den Allgemeininformationen. Hier drehe ich euch jetzt letztendlich das Modell erstmal ein kleines bisschen ins Licht rein, damit ihr es euch anschauen könnt im Detail. Und hier muss ich zunächst mal sagen, vom Design her und vom Aufbau hat G&G das Modell wieder unheimlich schön umgesetzt. Also richtig schön tolle Konturen im Receiver einmal drin. Auch nicht wieder so 0,815 Standard AR-15, sondern wieder ein bisschen moderner, ein bisschen ausgefallen. Und auch gerade hier oben der Übergang vom Vorderschaft in den Receiver mit so einer kleinen Kante drin. Das läuft einfach schön über, muss ich sagen. Auch der Vorderschaft aus Aluminium, toll gemacht. M-Log-System natürlich. Also rein, was das Design geht, auch wieder sehr modern und unheimlich schön umgesetzt, muss man sagen. Und dann gleich der nächste Punkt, was ihr natürlich auch schon sehen könnt, ist, dass dieses Modell eben beidseitig nutzbar ist. Bedeutet, ihr habt den Feuerwahlhebel wie auch den Magazinauswurf komplett auf beiden Seiten vorhanden. Also komplett Ambidex. Nur eben der Bolt Catch ist standardmäßig nur vom Schützen aus auf der linken Seite zu finden. Und diese ist eben mit Funktion. Eventuell, gut, Linksschütze wäre vielleicht noch cool gewesen, wenn sie ihn hier auch noch irgendwie hätten unterbringen können. Wie zum Beispiel bei einer 416A5, beispielsweise. Aber ansonsten, wie gesagt, die meisten Bedienelemente klasse. Und auch, was ihr vielleicht schon sehen könnt, der Feuerwahlhebel läuft hier unheimlich schön. Bedeutet, auf beiden Seiten kein Spiel drin und unheimlich knackig und sauber. So wünscht man sich das. Also nicht wie bei VFC, dass ihr da irgendwie so ein Schwabbel drin habt und ein Wackeln und das Ding irgendwie kratzt und reibt. Nix, das läuft richtig schön. Richtig schön snappy, muss man sagen. So muss das sein. Also Feuerwahlhebel ist klasse. Und eben Bedienelemente oder auch Magazinauswurf von beiden Seiten ist ebenfalls klasse. So, dann sprechen wir das Modell, glaube ich, mal von vorne nach hinten durch. Wir fangen vorne an bei der Mündungsbremse. Diese ist nicht aus Stahl, sondern die ist letztendlich nur aus Zinkguss gefertigt. Da sieht man sogar, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man sogar die Gusskante von der Form. Aber gut, ist Mündungsbremse. Wenn sie euch nicht gefällt, macht eine andere drauf. Was man dann heute sehr positiv ansprechen kann, ihr werdet später, ich werde es euch später erklären, wie dieses Hop-Up-System hier vorne mit der Gasabnahme funktioniert, wie sie das umgesetzt haben. Der Outer, bzw. der Laufmandel, ist komplett aus Aluminium einteilig. Und obwohl sie hier innen drin auffräsen mussten und nochmal Gasabnahme umdesignen mussten, sitzt das ganze Ding wirklich hervorragend vorne drin. Also hier selbst, wenn man da mal hergeht und das Ding versucht, ein bisschen hin und her zu drücken, keine Chance. Denn auch die Gasabnahme wird im inneren Bereich des Vorderschaftes nochmal ein kleines bisschen zentriert. Also hier wirklich super umgesetzt, kein Spiel, kein Wackeln. Und auch nochmal, obwohl das Hop-Up-System hier vorne einstellbar ist, auch ans Gasrohr letztendlich als kleines Detail daran gedacht. Wie gesagt, sparen mittlerweile viele Hersteller weg, genauso wie Flip-Ups sparen auch viele weg, um einfach das Modell günstiger zu machen. Hier schöne kleine Details und eben auch die Flip-Ups direkt mit dabei. Finde ich einfach gut. Nichts irgendwie weggespart an dem Modell. Der Vorderschaft ist dann, wie gesagt, komplett aus Aluminium gefertigt, Profil gefertigt, dann CNC gefräst. Tolle Qualität, sitzt natürlich auch hervorragend dran, brauche ich euch glaube ich nicht sagen. Wird auch über eine sehr lange Barrelnut letztendlich mit dem Upper Receiver verbunden und arretiert dann eben auch hier oben nochmal mit dem Receiver. Dementsprechend kein Spiel oder sowas drin. Wird letztendlich genauso wie die meisten Geiselys arretiert, beziehungsweise ähnlich arretiert. Bedeutet, ihr habt auch hier unten letztendlich so einen Schlitz drin und wird dann letztendlich über Schrauben hier seitlich auf die Barrelnut draufgeklemmt oder draufgequetscht. Ebenfalls kleine Besonderheit könnt ihr hier sehen, Aufnahme QD für Sling-Sweavell. Das Ganze aus Stahl und vom Schützen aus links wie auch rechts vorhanden. Nur hier halt wieder aufpassen, dass ihr wieder einen passenden findet, denn die Weichen, je nach Hersteller, weichen die vom Durchmesser immer ein kleines bisschen ab, wenn ihr eben den Trageriemen hier montieren möchtet. So und dann möchte ich ebenfalls ganz kurz auf die Oberfläche eingehen, beziehungsweise auf die Beschichtung, denn die weicht natürlich auch bei G&G immer ein kleines bisschen ab im Vergleich zu anderen Herstellern. Wenn ihr das zum Beispiel mal vergleicht zu Syma, Delta Armory, Norbridge und keine Ahnung, VFC, da ist die Beschichtung meistens glatt. Also die Oberfläche ist relativ glatt und eben und das ist eben bei dieser Beschichtung nicht der Fall. Bedeutet, die ist so ganz leicht ein bisschen grob und ein bisschen körnig und dadurch ist die Haptik, finde ich, sogar noch ein kleines bisschen schöner. Wie gesagt, so richtig schön rutschfest, ihr könnt sie toll angreifen. So eine ganz, ganz kleine, körnige Oberflächenbeschichtung, finde ich klasse. Fühlt sich einfach von der Haptik sauber und hochwertig an, muss ich sagen. So, dann guten Magazine, ganz normal AR-15, da müssen wir später noch im Detail darauf eingehen, denn leider bei diesem Modell sehr wenig Magazine, die ich jetzt zumindest da habe, hier kompatibel. Wie gesagt, gehen wir da nochmal im Detail darauf ein. Es gibt von der gesamten Verarbeitungsqualität nur ein kleines Manko, was ich jetzt gefunden habe. Bedeutet, das ist alles wirklich super, hervorragend. Auch der Receiver, unheimlich bündig, jede kleine Kante bis aufs Zehntel genau gefertigt. Kein Spiel im Upper- und Lower-Receiver drin, kein Wackel, nichts. Nur eben, daher wir jetzt hier kein Hop-Up-System hier innen drin haben zum Einstellen, ist natürlich der Verschlussfang ohne Funktion nicht, aber er bringt euch halt nichts. Bedeutet, ja, ihr könnt das ganze Ding hinterziehen, dann ist er offen. Und ihr könnt auch, ja, den Bolt-Catch-Lever drücken, dann fährt es wieder vor. Aber ihr seht schon, ihr habt hier innen drin natürlich keine Hop-Up-Kammer oder sowas. Ist letztendlich nur der Zylinder und die Gearbox sichtbar. Dementsprechend hier das Spannhebelsystem eigentlich sinnfrei, braucht man nicht. Dennoch hat der Spannhebel hier hinten leider in der Führung sehr viel Spiel. Also der klappert doch sehr stark rum und ist relativ schwach gefedert, muss ich sagen. Wie gesagt, ihr braucht ihn nicht und auch, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, wenn man den nach hinten zieht, wenn man dran rumspielen will, dann schlägt man hier relativ häufig hier oben ein bisschen auf den Schaft hinten drauf. Hätte vielleicht auch noch mal ein bisschen flacher hier sein können. Aber wie gesagt, ihr braucht es nicht, wenn euch das stören sollte, dieses Klappern vom Spannhebel. Ich zeige es euch später, wie ihr das Ganze nach hinten rauszieht. Dann könnt ihr letztendlich nur auf den Spannhebel oben drauf, auf die große Fläche, hier einfach zwei, drei Lagen Isoband draufkleben oder Klebeband draufkleben, damit ihr einfach sauber hält. Wie gesagt, brauchen tut dann letztendlich eh nicht. Nur das Klappern, wie gesagt, das ist der einzige Punkt von der Verarbeitung, wo ich sage, na, hätten wir vielleicht ein bisschen fester federn können oder ein bisschen schöner führen können. So, dann haben wir natürlich hinten ganz normal die Buffer-Tube aus Aluminium gefertigt. Die Castle-Nut wie auch Aufnahme für den Trageriemen hier hinten für den One-Point sind komplett aus Stahl gefertigt. Buffer-Tube ist dann ganz normal wie der AEG, wie letztendlich bei allen anderen auch. Bedeutet, wenn euch der Schaft nicht gefällt, der aber sehr gut ist, dann könnt ihr auch andere Schäfte hier dran montieren. So, der Schaft, auch hier müssen wir dann gleich beim Thema Akku einlegen nochmal drüber quatschen. Der ist zunächst einmal von der Länge oder von der Gesamtlänge im Vergleich zu anderen Hinterschäften ein kleines bisschen länger. Bedeutet, im Regelfall spiele ich das Ding auf Position 1 oder maximal Position 2. Hier merkt man aber oder hier sieht man aber bereits, dass der eben nochmal um circa 20 Millimeter bis 25 Millimeter im Vergleich zu anderen Schäften kleines bisschen mehr Gesamtlänge hat. Wie gesagt, dann müsst ihr halt dann eine Position vielleicht weiter vorne spielen oder so, je nachdem. Was bei dem Schaft sehr geil ist, er ist zunächst mal komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Unheimlich schönes Material, tolle Qualität auch von der Oberfläche, schön hart das Ganze, massiv. Und aber auch hier oben für die Wange so ein schönes Gummipad eingearbeitet und schön abgerundet. Bedeutet, ihr legt mit der Wange direkt auf diesem Gummipad einmal auf. Also hier oben so eine schöne strukturierte Gummifläche drauf. Fühlt sich einfach geil an vom Handling her. Ebenfalls die Schaftkappe hinten ist ebenfalls nochmal gummiert. Also hier nicht einfach nur alles aus Plastik, sondern so ein bisschen Gummi eingearbeitet. Macht von der Qualität doch einiges her, muss ich sagen. Und natürlich auch hier hinten Aufnahme, Slingsweeple vom Schützen aus einmal auf der rechten Seite, wie auch vom Schützen aus auf der linken Seite vorhanden. Dann lasst uns direkt weitermachen mit dem Thema Federschnellwechselsystem. Wie vorhin schon angesprochen, das Modell kommt mit 1,5 Joule. Ihr könnt aber, wenn jetzt auf dem Spielfeld 1,8 zum Beispiel erlaubt ist, ist auch das möglich. Wollt ihr es ja auf kleineren Geländen spielen mit maximal 1 Joule oder 1,2 Joule. Auch dann ist das Ganze problemlos möglich. So, Federschnellwechselsystem aufgrund des Split-Designs auch natürlich unheimlich einfach. Genauso wie bei ICS. Ihr müsst letztendlich nur den hinteren kleinen Pin hier am Receiver durchdrücken. Hierfür benötigt ihr Werkzeug, denn der sitzt sehr, sehr straff drin, muss ich sagen. Gut, dafür wird halt auch der Receiver gescheit kalten. Also einmal der Pin, ordentlich durchdrücken. Dann zieht ihr mit Schmackes einmal raus. Der arretiert auch, fällt euch also nicht komplett raus. Und dann könnt ihr das ganze Modell easy aufklappen. Ganz normal aufklappen, wie ihr das kennt. Und dann habt ihr eben hier hinten drin an der Apple-Gearbox, hier habt ihr letztendlich euer Federschnellwechselsystem. Bedeutet, ihr könnt jetzt einfach nur in dem Zustand hergehen. Könnt letztendlich einen großen Inbus nehmen oder was auch immer. Geht hier rein, dreht das Ganze ein kleines bisschen. Wenn ich was sehen würde, dreht das Ganze ein bisschen und zieht die Feder einmal raus. Und wie gesagt, unheimlich benutzerfreundlich, schnell zu erreichen, so muss das letztendlich sein. Und dementsprechend die Knifte eben flexibel, oh das war zu weit, flexibel oder variabel einsetzbar, je nach Spielfeld. Wenn ihr dann mal irgendwie ans Hop-Up wollt oder so, natürlich, wie gesagt, Split-Design, der geht hier einfach her und zieht das ganze Zeug einfach raus. Zack. Also gerade für eine Wartung, wenn irgendwie mal der Piston-Head verschlissen ist oder nicht mehr sauber abdichtet, ihr Dreck im System habt. Das ist bei der Upper-Gearbox ist das eine super Sache. Bei der Lower-Gearbox, da müssen wir später bei der Demontage mal im Detail darüber sprechen, denn das ist ein bisschen, ja das ist ein bisschen grausam. So, ich sehe halt gar nichts, jetzt da, also wieder rein das ganze Ding. Und wenn ihr dann, wie gesagt, wenn ihr dann alles letztendlich gewechselt habt, dann einfach wieder zuklappen, Pin rein und fertig. So muss das sein. Also für jedes Schnellwechselsystem, aufgrund auch des Split-Designs, einfach nur klasse. Lasst uns weitermachen mit dem Thema Akku einlegen und Platz für den Akku. Und hier werde ich mich vermutlich später auch nochmal wiederholen, denn hier hat G&G immer noch ein bisschen Potenzial nach oben, muss ich sagen. Bedeutet, sie haben jetzt zwar hier dieses neue EFCS-System drin, was wirklich klasse ist, aber wie bei anderen Modellen auch, verschwenden sie hier hinten einen Haufen Platz in der Buffer-Tube drin für lauter Kabelgelumpe und Platine und 30 Ampere-Sicherung, damit ihr hier in die Buffer-Tube im Vergleich zu anderen Modellen nur deutlich kleinere Akkus reinbekommt. Jetzt versucht G&G das Ganze auszugleichen, aufgrund der Schaftlänge und der Schaftgröße, wie gerade schon angesprochen, kleines bisschen länger, aber dennoch, ja, bekommen wir eigentlich keine wirklich großen Akkus in das System rein, da einfach hier innen drin alles mit Kabel und Zeug und Bar verschwendet wird. So, ich habe letztendlich nur einen einzigen Akku gefunden, den ich da wirklich einigermaßen anständig reinbekomme und das ist so ein ganz kleiner Triple-Stick, 11,1 Volt mit angeblich 1500 mAh. Da gibt es noch einen anderen, der ist ein kleines bisschen länger und der hat auch 1500 mAh. Also ob das korrekt ist, weiß ich jetzt nicht wirklich. Und wie gesagt, der ist der einzige, den ich reinbekomme, relativ kompakt, relativ klein und die Zellenlänge darf hier maximal 95 mm betragen. Ansonsten bekommt ihr keinen anderen Akku rein. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Der Schaft an sich vom Akku einlegen ist super umgesetzt. Die Schaftkappe hat hier unten zwei so Auswölbungen dran. Bedeutet, ihr geht einfach her, zieht da ein bisschen dran und dann könnt ihr die ganze Schaftkappe einfach einmal aufklappen. So und dann seht ihr es aber schon, jetzt haben wir hier unseren DIN-Stecker und unseren T-Stecker. Dann haben wir hier zunächst mal eine Sicherung und ich zeige es euch später, denn ihr könnt es nicht sehen. Und in der Buffer-Tube habt ihr fünf Kabel drin, nochmal eine Platine und von der Platine gehen dann die zwei Kabel weg. Bedeutet jetzt einfach so diese Standard-Akkus mit 1500, die Single-Sticks, könnt ihr gar nicht reinschieben, da die ganze Buffer-Tube einfach vollgeklatscht ist mit irgendwelchem Zeug, was andere Hersteller nicht haben. So, bedeutet, ich muss jetzt hergehen, wie gesagt, das ist der einzige Akku, den ich habe, vielleicht gibt es auch noch andere, keine Ahnung. Ich muss jetzt hergehen und muss eine Zelle, also eine so eine kleine Zelle bekomme ich gerade so in die Buffer-Tube rein und die anderen beiden Zellen muss ich hier hinten letztendlich hochkant reinstellen. Und hier passen eben maximal 95 Millimeter und nicht mehr. Bedeutet größere Akkus mit 1800 mAh oder 2000 mAh sind leider standardmäßig in diesem Modell nicht möglich. Finde ich also aufgrund der Verkabelung leider nicht ganz so geil umgesetzt. Das bekommen andere Hersteller, bekommen das problemlos hin, dass sie eben größere Akkus mit EFCS möglich machen. So, jetzt, da schaut mal her, jetzt habe ich es eingelegt. Wie gesagt, zwei Zellen hier hinten hochkant und eine Zelle steckt jetzt ein bisschen in der Tube drin. So, und dann geht er einfach nur her, Sicherung rein und macht hier hinten die Schaftkappe wieder drauf. Einmal arretieren hier oben, zack, runterdrücken, ist arretiert, Akku ist sauber drin. Wie gesagt, hier Akku einlegen ist an sich recht geil umgesetzt, aber der Platz für den Akku, gerade im Vergleich zu anderen, immer noch ausbaufähig. Viel zu viel Kabel da innen drin, die eben andere EFCS-Systeme überhaupt nicht benötigen. Das Ganze hat natürlich einen kleinen Vorteil, muss man sagen, da auch hier innen drin wieder eine extra Steckverbindung ist, für die Kabel, welche zum Motor runtergehen. Bedeutet, sollte das EFCS mal kaputt gehen, dann könnt ihr das Ganze sehr, sehr einfach und benutzerfreundlich austauschen. Denn ihr könnt einfach die Kabel abstecken, könnt die alte ETU rausmachen, die kaputte, könnt die neue wieder installieren. Aber das Ganze eben, ja, das Ganze eben, damit sie hier hinten einen Haufen Kabel brauchen. Bisschen schade, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schöner, wenn einfach nur zwei Kabel drin sind, denn dann kann man letztendlich die gesamte Buffer-Tube auch für den Akku nutzen. Also auch hier, obwohl eine neue ETU drin ist, Thema Kabelmanagement und Platz für die ganzen Kabel und Pipapo, im Vergleich zu anderen Herstellern immer noch ausbaufähig, muss man sagen. Weiter geht es mit dem Kapitel Ansprechverhalten und vor allem auch Klangbild. Und hier wird vermutlich mein Modell im Vergleich zu, ja, zur Auslieferungszustand ebenfalls vermutlich abweichen. Denn mein Modell kreischt leider relativ stark, muss man sagen. Ihr werdet es später bei den Internals sehen, wenn wir die Lower Gearbox einmal demontieren. Leider läuft mein Spurgear nicht zentrisch, bedeutet mein Spurgear eiert. Und dadurch kratzt Spurgear relativ stark am Bevelgear. Daher etwas viel Kratzen und Kreischen vorhanden leider. Ist auch das erste Mal in den letzten Jahren, dass mir ein Gearset von G&G unter die Augen kommt, wo das Spurgear eiert. Bei irgendwelchen China-Gears oder sowas, ja, da hat man das ab und zu mal. Aber bei G&G, wie gesagt, laufen die Gears eigentlich im Regelfall sehr gut, muss man sagen. Hier vermutlich ein Montagsmodell einmal erhalten. Kenne ich also so von G&G nicht. So, und dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt, oder wir hören uns das Klangbild jetzt erstmal an, ohne Pre-Cocking. Bedeutet, so wie das Modell letztendlich Standard im Auslieferungszustand kommt, bedeutet ohne Vorspannung. Hier liegen wir eben bei einer Zyklenzeit von 70 Millisekunden. Also hören wir sie uns mal an. Wie gesagt, hier ein kleines bisschen Kreischen aufgrund der Gears leider vorhanden. So, jetzt kann ich euch das gleich mal zeigen. Jetzt ist eben keine Kugel mehr drin. Bedeutet, der Bolt-Catch hat gegriffen. Um jetzt wieder, ja, weiter spielen zu können, neues Magazin rein, Bolt-Catch-Lever, einmal drücken, beziehungsweise Verschluss fangen. Und dann würde das Ganze wieder funktionieren, natürlich, wenn Kugeln drin wären. Jetzt lasst uns aber mal das Pre-Cocking einstellen, denn dadurch wird das System deutlich zackiger, muss ich sagen. Natürlich, denn der Piston wird zu 50% vorgespannt. Habe ich euch vorhin schon mal kurz erklärt, könnt ihr auch ohne BBs machen. Bedeutet, ich drücke jetzt einfach einmal den Verschlussfang. Dann gebe ich einen Schuss ab und halte den Abzug hinten einmal gedrückt. Und zwar für 5 Sekunden. So, jetzt sind wir in der Programmierung. 1, 2, gedrückt halten. So, und jetzt ist Pre-Cocking aktiv. Bedeutet, jetzt spielen wir das Ganze mit Vorspannung. Jetzt müssen wir erst mal ein paar Schuss abgeben. So, jetzt ist es Pre-Cocking aktiv. Habe ich noch ein paar Mumpeln drin, ein paar sind noch vorhanden. So, und leer. Also wie ihr sehen könnt, natürlich das Pre-Cocking, ach die Magazine sind übrigens geil, langer Follower, fällt keine Kugel raus, wenn es leer ist. Die Geschichte mit dem Pre-Cocking ist eine super Sache. Es ist an sich, wie schon öfters angesprochen, ein gefaktes Ansprechverhalten. Bedeutet, wenn der Motor und die Gears die Zyklenzeit von anderen Systemen nicht ganz erreichen, dann könnt ihr ein bisschen Pre-Cocking draufgeben und dadurch wird das System einfach ein bisschen spritziger vom Abzug her. Wie gesagt, jetzt ist aber natürlich die Feder kontinuierlich vorgespannt. Ihr müsst also, bevor ihr jetzt nach Hause fahrt, das Ding wieder einpackt und lagert, solltet ihr dieses Pre-Cocking wieder deaktivieren. Vorhin schon kurz angesprochen, auch einfach wieder auf Semi umschalten oder auf Halbautomatisch. Einmal den Verschlussfang drücken, wenn keine BB drin ist und dann wieder in die Programmierung rein. Bedeutet, einmal durchdrücken, dann für 5 Sekunden wieder halten, bis der Piepton letztendlich kommt. Und dann drückt ihr einfach nur einmal und haltet den Abzug für 3 Sekunden gedrückt. So, wird bestätigt und jetzt ist eben kein Pre-Cocking mehr vorhanden. Bedeutet, wir geben jetzt 2-3 Schüsse ab und jetzt ist die Feder letztendlich wieder komplett entspannt. Genau so könnt ihr das Modell letztendlich lagern. Wie gesagt, Klangbild aufgrund der Gears bei meinem Modell leider nicht ganz perfekt. Das bekommt G&G im Regelfall besser hin. Wie gesagt, vermutlich vom Spörgear hier Montagsmodell bekommen, da das Spörgear leider ein bisschen eiert. Dann lasst uns weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. Und auch hier werde ich leider im Fazit einen Kritikpunkt geben müssen. Ich weiß nicht warum, aber es scheint als wäre der Magazinhalter oder eben der Magazinschacht im Vergleich zu anderen G&G Modellen. Hier bei dieser SGR556 vermutlich ein kleines bisschen irgendwie von der Toleranz oder von den Maßen etwas anders. Denn ich habe letztendlich genau 2 Magazine gefunden, die in der Knüfte einigermaßen funktionieren. Lasst uns aber zunächst mal über das Original-Magazin sprechen. G&G-Magazine kennt ihr vielleicht. Ihr habt im Lieferumfang einen 120-Schuss Midcap-Magazin dabei. Das ist ein ganz normales Polymer-Magazin oder Polyamid-Kunststoff. Innen drin ABS-Kunststoff. Fühlt sich gut an, hat hier so Aussparungen drin. Ist ähnlich wie ein P-Mac oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt sich gut an und feedet auch mit 0,4 Gramm. Wirklich klasse. Kleine Besonderheit, was ich bei G&G-Magazinen immer gut finde. Ihr habt natürlich auch hier diesen langen Follower. Bedeutet, wenn das Magazin leer wird, wird auch die letzte BB in die Hop-Up-Kammer einmal reingedrückt. Nachteil natürlich, wenn ihr das Ganze wieder in die Pouch steckt, müsst ihr oder in die Damp-Pouch schmeißt, solltet ihr diesen kleinen Nupsi oder diesen kleinen Follower einmal wieder reindrücken. Beachtet ihr das nicht, kann euch dieser abbrechen. Das ist genauso mit dem anderen G&G-Magazin hier, mit dem GR16 Tainted-Magazin. Auch dieses finde ich unheimlich ansprechend schön und hat eben einen langen Follower. Mein absoluter Favorit, wenn es um das Thema G&G-Magazin geht. Wie gesagt, dieses Tainted von der GR16, super. So, und genau diese beiden Magazine, die funktionieren wirklich tadellos und super in diesem Modell. Bei anderen Magazinen und bei der Kompatibilität sieht es leider sehr schlecht aus, muss ich sagen. Ich habe, wie gesagt, ich habe zwei Magazine da, die ausnahmsweise mal nicht aus dem Magazinschacht rausfallen. Und das ist einmal so ein P-Mac-Klon von E&C. Der sitzt allerdings ein kleines bisschen straff im Magazinschacht drin, hält aber wunderbar. Und letztendlich ein ganz normales Syma Midcap-Magazin Stahlblech. Das hat zwar relativ viel Spiel im Magazinschacht und klappert ein bisschen rum, aber es fällt nicht raus. Jetzt könnt ihr euch schon denken, was mit dem Rest ist, richtig. Der ganze Stapel hier arretieren nicht und fallen, beziehungsweise arretieren, fallen aber beim Schießen, fallen sie einfach raus. Da hätten wir erstmal so ein P-Mac von Syma, das funktioniert nicht, das Stahlblech funktioniert. Lonex Midcap-Magazin, PTS-Magazin fällt einfach raus. ICS-Magazin und auch Airsoft Systems-Magazin, die alle arretieren zwar im Magazinschacht, sobald ihr aber vorher macht, plopp und dann fliegt euch das Magazin raus. Werden also nicht gut arretiert. Und diese drei Magazine, die arretieren nicht mal, bedeutet Arcturus, egal ob neue Version oder alte Version, arretieren nicht, fallen sofort wieder raus und auch das Battle-Ex-Magazin arretiert ebenfalls nicht. Also hier muss ich sagen, Magazinkompatibilität zu anderen Magazinen ist hier eigentlich nicht wirklich gewährleistet. Und das finde ich ein kleines bisschen schade. Ich meine, dass nicht jedes Magazin in jeder Knifte funktioniert, ist selbstverständlich, hat man immer. Aber zumindest so PTS oder so, zu 50 Prozent sollten sie zumindest funktionieren. Dass man hier ein kleines bisschen jetzt genötigt wird, um G&G-Magazine zu verwenden, finde ich, wie gesagt, finde ich heute ein kleines bisschen schade und werde ich vermutlich im Fazit auch als etwas kritisch ansprechen. Dann schauen wir uns noch ein paar kleine Details in der Nahaufnahme an, gerade was die Verarbeitungsqualität und die Oberflächenbeschaffenheit von der Beschichtung angeht. Fangen wir aber hier zunächst mal vorne an bei der Mündungsbremse. Die habe ich euch vorhin schon erklärt, ist letztendlich aus Zinkguss gefertigt, also nicht aus Stahl, nicht gefräst. Und dementsprechend sieht man auch hier, ja, so eine kleine Gusskante ist aber absolut unrelevant, meiner Meinung nach. Nur für Einsteiger wieder aufpassen, möchtet ihr jetzt hier Tracer- oder Schalldämpferattrappen montieren, dann immer zuerst einmal hier unten diesen kleinen Gewindestift lösen. Ansonsten bekommt ihr natürlich die Mündungsbremse nicht abgeschraubt und macht euch das Gewinde kaputt. Und dann kann ich euch hier nochmal eine Nahaufnahme zeigen, ist rohr, aus Aluminium gefertigt, bis und der Autor schön dickwandig und hat hier vorne halt absolut kein Spiel drin in dem Ding. Also der sitzt hervorragend drin, so wie man sich das wünscht. Da müsst ihr schon wirklich mit viel Gewalt vorgehen, damit ihr hier ansatzweise das Röhrchen, sage ich mal, um Millimeter irgendwie hin und her drücken könnt. Also das ist von der Passgenauigkeit und von der Verarbeitung wirklich klasse. Vorderschaft ist natürlich handelsüblich aus Aluminium gefertigt, aus einem Profil, wie vorhin schon angesprochen, QD-Aufnahmen aus Stahl, Klemmvorrichtung hier im unteren Bereich und hier eben dieser wunderschöne, den wunderschönen Übergang. Also den hat G&G hier einfach richtig geil hinbekommen, muss ich sagen. Hier so ein kleiner Radius hier unten drin, Übergang zum Upper Receiver und auch hier oben quasi ja dieser Schwanz raus, diese Phase raus, damit der Vorderschaft hier sauber gehalten wird. Wirklich schön umgesetzt vom Design, hervorragend. Was man jetzt vielleicht in der Aufnahme erkennen kann, ich weiß jetzt nicht, ob ich das einfangen kann, aber die gesamte Oberfläche, nicht nur vom Vorderschaft, sondern auch vom gesamten Receiver, ist jetzt nicht einfach nur schwarz eloxiert, also glatt, sondern ist so ein bisschen rau von der Oberfläche, so ganz leicht ein bisschen grainy, beziehungsweise körnig und fühlt sich von der Haptik einfach richtig schön an. Schön rutschfest das Ganze, auch relativ kratzunempfindlich. Bedeutet auch, wenn ihr mit dem Schraubendreher da mal versucht, Kratzer reinzubekommen, natürlich, wenn der aufdrückt wie ein Schmied und über eine Kante drüber zieht, natürlich bekommt er dann Kratzer rein. Aber durch eine normale Verwendung, wenn das Ding jetzt mal ein bisschen am Plattenträger scheuert oder die ganze Knüfte mal in den Kies reinlegt oder sowas, diese Beschichtung deutlich kratzresistenter, wie jetzt eine stinknormale Eloxalschicht, finde ich also sehr, sehr schön. Ein kleiner Nachteil, aufgrund dieses Körnigen habt ihr, wenn ihr mit dem Fingernagel rankommt oder auch hier zum Beispiel Kabelbinder rumzieht oder sowas, dann ergibt sich hin und wieder mal so ein weißer Schlierer, den könnt ihr aber ganz normal dann wieder wegrubbeln. Wie gesagt, sehr, sehr schöne und von der Haptik gut umgesetzte Beschichtung hier auf dem Vorderschaft, wie auch auf dem Receiver selbstverständlich. Dass die Qualität von dem Vorderschaft natürlich klasse ist, von den Fräsungen, M-Lock-Positionen, alles wunderbar und dass das Ding sauber dran sitzt und nicht wackelt, da braucht man glaube ich nicht drüber schwätzen, das ist natürlich selbstverständlich. Der gesamte Receiver ist dann auch auf so einer Zink-Aluminium-Legierung letztendlich im Gussverfahren hergestellt, aber auch hier, wie vorhin schon kurz angesprochen bei den Allgemeininformationen, von der Verarbeitungsqualität der Gussteile oder des Receivers, also wirklich Hut ab, Leute, das hat G und G perfekt umgesetzt. Passgenauigkeit hervorragend, bedeutet Übergang komplett nahtlos, jede einzelne Kante läuft sauber in den Upper oder in den Lower rein, ihr habt keinerlei Spaltmaß, der Receiver, obwohl es ein Split-Design ist, hat absolut null Spiel drauf, kein Wackeln, kein Versatz und auch der Aufbau innen drin von dem PIN-System finde ich sogar etwas besser umgesetzt wie bei ICS. Bedeutet hier arretiert einfach die Gearbox und der Upper Receiver deutlich schöner über den hinteren PIN, wie zum Beispiel bei ICS. So und natürlich das Design, wie gesagt, mega gut, werde ich heute auch einen Pluspunkt drauf geben, auch hier, wie gesagt, vorne Vorderschaft, haben wir uns gerade angeschaut, wird auch hier quasi der Breast-Deflector rausgezogen, schön kantig gewählt, sehr modern und nur der Forward-Assist, der ist standardrund, den hätten sie vielleicht auch noch quasi eckig machen können oder kantig machen können, wie man es von irgendwie Novesc oder Syma-Receivern kennt, aber das ist eine Kleinigkeit, ansonsten ist das Ding wunderschön umgesetzt. Ein weiterer positiver Punkt, wenn ihr euch jetzt überlegt, dass wir hier ein Split-Design haben, bedeutet natürlich, geht hier innen drin keine Schraube in den Spring-Guide rein, bedeutet die ganze Last von der Buffer-Tube und vom Schaft hängt letztendlich hier hinten am Lower Receiver dran. Und ihr kennt es ja vielleicht bei manchen Kniften, wo das Federschnellwechselsystem direkt hier hinten geht, auch ohne Verbindung und euch fällt die Knifte mal runter, dann kann es passieren, dass der Receiver hier beim Pin durchbricht oder hier hinten im Radius durchbricht, wenn eben die Knifte ganz blöd mal runterfallen sollte. Und auch hier hat G&G mitgedacht, denn ihr seht, hier zieht sich einfach das Material schön dickwandig bis zu dem Pin, umschlingt dann den Pin und geht dick nach hinten wieder raus. Und das auf beiden Seiten, bedeutet der gesamte Lower Receiver ist genau hier hinten, wo eben die Schwachstelle bei solchen Systemen ist, deutlich verstärkt, hat also circa doppelt so viel Material drauf, doppelt so viel Wandstärke drauf, wie bei anderen Systemen. Also hier mitgedacht, finde ich klasse. Dann Feuerwahlhebel, vorhin schon kurz angesprochen, der läuft richtig schön knackig, schön snappy und ihr nehmt im inneren Bereich das Zahnradsystem nicht wahr. Also nicht wie bei anderen Modellen, dass wenn ihr dann umschaltet, dass es dann so kratzt und hakt und reibt ein bisschen, ist hier bei diesem Modell nicht der Fall. Und ebenfalls erfreulich, das Ganze ebenfalls vom Schützen aus auf der rechten Seite genauso gut umgesetzt. Bedeutet, wir haben jetzt hier nicht irgendwie drei Millimeter Luft drin, dass das Ding da irgendwie rumschwappeln kann, irgendwie der Feuerwahlhebel. Der läuft also auf beiden Seiten wirklich tadellos. Da können wir gar nicht meckern. Ein kleiner Punkt hätten Sie vielleicht auch noch optimieren können. Der Feuerwahlhebel ist zwar hier jetzt minimals ein kleines bisschen kürzer. Sie hätten ihn aber vom Schützen aus rechts eventuell noch ein bisschen, ja so einen kleinen Radius reinmachen können, dass wenn man den Finger lang macht, dass der hier nicht im Weg ist. Wie gesagt, minimals drückt er ein kleines bisschen oben auf den Finger drauf. Kleiner Radius wäre vielleicht noch möglich gewesen. Aber das ist wirklich meckern auf einem unheimlich hohen Niveau, muss man sagen. Magazinauswurf, komplett hier vorne mit erweiterte Druckplatte. Ihr kommt wunderschön hin, zack, Finger hoch, sofort zu erreichen. Schöne große Druckfläche vorhanden. Und das Ganze eben wie vorhin auch schon angesprochen, ebenfalls beidseitig. Bedeutet, ihr könnt das Magazin ebenfalls vom Schützen aus auf der linken Seite lösen. Also auch hier muss man sagen, komplett Ambidex umgesetzt, beidhändig umgesetzt, finde ich klasse. So, der Abzug ist ein optisches System. Hier muss man zunächst mal ansprechen. Ihr habt in der Sicherung relativ viel Spiel drin. Und könnt ihr hier sehen, bedeutet, der Abzug wird hier in der Sicherung nicht sofort blockiert, sondern ihr könnt diesen weiterhin circa drei bis vier Millimeterchen etwas bewegen. Dann wird aber der Abzug im Vergleich zu einem Gate Titan mechanisch blockiert. Zeige ich euch später bei der Demontage, beziehungsweise bei den Internals. Habt ihr aus innen drin so einen kleinen Stahlhebel und der blockiert jetzt in der Sicherung den Abzug. Wenn ihr dann umschaltet auf halbautomatisch, habt ihr im inneren Bereich ein optisches System, beziehungsweise der Abzug wird über Lichtschranken abgetastet. Jetzt ist das bei meinem Modell so, dass nur die hinterste Lichtschranke leider aktiv ist und ich das eben nicht einstellen kann. Im finalen Auslieferungszustand soll es aber möglich sein, den Abzug auch bei der deutschen Version einmal einzustellen. Bedeutet, ihr könnt dann über diesen Remote Controller entweder sagen, ihr geht auf die untere Lichtschranke, bedeutet, ihr triggert sehr weit vorne, ihr stellt das Ganze auf die zweite Lichtschranke, triggert dann im mittleren Bereich oder eben, wie es bei mir jetzt standard eingestellt ist, ihr triggert komplett hinten auf Anschlag. Also hier dann drei Möglichkeiten, den Abzug entsprechend euren Bedürfnissen anzupassen. Ich zeige es euch aber auch später. Letztendlich sind es wirklich nur kleine Lichtschranken und wenn ihr unten innen drin an den Abzug etwas hinklebt, dann könnt ihr das sogar manuell noch weiter vorschimmen. Bedeutet, auch jetzt hier bei meiner Version, die nicht einstellbar ist, könnte ich sehr einfach letztendlich einen Hairtrigger draus bauen, wenn ich denn wollte. Gut, den Griff brauchen wir, glaube ich, nicht großartig durchsprechen. Nicht ganz so stark angewinkelt wie bei anderen Modellen und gerade im oberen Bereich der Übergang Richtung Abzug vor sehr, sehr schlank gewählt. Bedeutet, ich kann es bloß alles gerade schlecht halten. Hier oben meine ich quasi, hier sehr, sehr schlank gewählt im Vergleich zu anderen Pistolengriffen. Die meisten ziehen sich hier noch minimal ein kleines bisschen weiter hinter und gehen dann komplett mit dem Beveltail komplett bis hinten hoch. Also hier ein kleines bisschen schlanker, Pistolengriff fühlt sich hervorragend an, auch Polyamidkunststoff das Ganze, schön strukturiert, schön texturiert letztendlich, wirklich klasse. Warum man nur hier unten das Ganze so stark abrundet, das ist gut, das ist vielleicht eine Designentscheidung, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber gut, sei mal dahingestellt. Fühlt sich von der Haptik wirklich klasse an, der Pistolengriff, und keine störende Wulst hier vorne irgendwie dran, wie bei Standard AR-15 Griffen. Dann lasst uns das Modell ebenfalls vom Schützen aus links noch ganz kurz begutachten, damit ihr auch hier die schönen Konturen hier oben mal im Detail seht vom Upper Receiver. Wie gesagt, schön umgesetzt von G&G, echt klasse, sieht mega, mega sexy aus. Nur eben der Verschlussfang, wie vorhin schon angesprochen, über die Elektronik mit Funktion, könntet ihr natürlich internationaler Bereich, Österreicher, Schweizer, Frankreich, Niederlande, ihr könnt natürlich über die Software auch einprogrammieren oder einstellen, ob ihr diesen verwenden möchtet oder nicht. Bedeutet, ja, ihr wollt nach dem Nachladen den Bolt Catch Lever wie bei einer Scharfwaffe drücken, oder ihr deaktiviert das Ganze einfach, dann einfach nachladen, neues Magazin rein und weiter geht. Ihr könnt euch also den Griff zum Bolt Catch Lever sparen, wenn ihr das wünscht. Und dann seht ihr hier letztendlich nur noch den Magazinauswurf vom Schützen aus auf der linken Seite. Wie gesagt, auch hier funktioniert das Ganze tadellos, muss man sagen. Gut, dass die Flip-Ups dabei sind, brauche ich jetzt glaube ich nicht nochmal ansprechen, vorhin schon kurz angesprochen. Heutzutage ein bisschen schade, wie vorhin vielleicht schon gesagt, viele Hersteller sparen sich die Flip-Ups mittlerweile, um vielleicht die Knifte nochmal 20, 30 Euro günstiger anbieten zu können. Hier bei G&G sehr gute Flip-Ups, beziehungsweise offene Kimmikornvisierung bereits enthalten. Und dann kann ich euch ebenfalls jetzt in der Aufnahme nochmal ganz kurz, auch wenn ich mich wiederhole, nochmal den Spannhebel zeigen, vorhin schon kurz angesprochen. Aber das ist der einzige Punkt, das ist der einzige Punkt, der mich ein kleines bisschen von der Verarbeitung stört. Wie gesagt, der ist ein bisschen sehr schlaff gefedert hier innen drin und klappert auch relativ stark rum. Einfach rausziehen, hier oben ein bisschen Isoband drauf, ein, zwei Lagen, hat keinerlei Funktion das Ding. Dementsprechend können wir uns auch ein bisschen fester machen im inneren Bereich, würde ich sagen. Gut, und hinten Übergang zur Buffer-Tube, haben wir dann natürlich Aufnahme-Trageriemen. Hier hinten komplett aus Stahl gefertigt, vom Schützen aus links wie auch rechts nutzbar. Und die Kassel nach hinten für die Buffer-Tube ist ebenfalls aus Stahl gefertigt. Und dann lasst uns abschließend ebenfalls noch ganz kurz über den Schaft sprechen, auch vorhin schon alles grobe, soweit durchgesprochen. Hier könnt ihr euch jetzt nochmal im Detail anschauen. Wie gesagt, komplett Polyamid-Kunststoff, schön mit Glasfaser verstärkt, sieht man auch ein kleines bisschen vom Glanz her. G&G macht einfach einen unheimlich guten Kunststoff, muss man sagen. Sehr, sehr schön vom Material her. Dann die Gummi-Oberfläche, auch hier zieht sie sich komplett einmal rum. Schöne Auflage für die Wange, komplett gummiert mit so einer leichten Texturierung drin. Fühlt sich einfach von der Haptik her hervorragend an, wie vorhin schon angesprochen. Und könnt ihr natürlich hier unten entweder überdrücken, einmal in der Länge einstellen, oder hier in der Mitte überdrücken, in der Länge letztendlich einstellen das Ganze. Der Schaft könnte auf der Buffer-Tube ein Hauch fester sitzen. Bedeutet, er hat minimal ein kleines bisschen Luft. Wenn man sich da mal im Vergleich die Arcturus HK416 vom letzten Mal anschauen, da saß der Schaft wirklich perfekt drauf, der Schiebeschaft. Hier halt minimal ein kleines bisschen Luft. Da hätte es aber 99% aller anderen AR-15 Airsofts ebenfalls haben, kann man das eigentlich nicht kritisch erwähnen. Wirklich klasse. Wenn ihr ihn abziehen wollt, habt ihr übrigens hier links und rechts hier vorne so einen fetten Knopf. Den zieht ihr einfach mit Schmackes komplett runter. Und dann könnt ihr den ganzen Schaft nach hinten abziehen. Auch die Schaftkappe schön grob strukturiert und ebenfalls gummiert hinten. Zum Akku einlegen, hier unten einfach dran ziehen, habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Und dann geht hier ganz easy die Klappe einmal auf. Zum Akku einlegen, vorhin schon gesagt, leider aufgrund der Verkabelung etwas weniger Platz wie bei anderen Modellen. Aber das Ganze hier hinten mit der abnehmbaren Schaftkappe, beziehungsweise mit dem Aufklappen, finde ich sehr innovativ gelöst. Und arretiert dann auch letztendlich hier oben drin über so eine Art Nut- und Federsystem, damit diese nicht unabsichtlich irgendwie aufgeht. Gut Leute, abschließend die Aufnahme für die Kodee Slingsweaver sind hier selbstverständlich aus Stahl gefertigt und links wie auch rechts vorhanden. Gut Leute, daher wir hier ein komplett neu entwickeltes System haben, möchte ich auch mit euch heute einmal die komplette Demontage durchsprechen. Bedeutet, wenn ihr mal eine Wartung machen möchtet, wenn ihr was kontrollieren wollt, nachschmieren möchtet, oder auch wenn ihr das EFCS vielleicht sogar mal tauschen müsst oder so. Ich zeige euch einfach alles hier mal im Detail, auch wenn das Video dadurch leider wieder ein bisschen länger wird. Fangen wir mal an. Natürlich das Split-Design habt ihr vorhin schon gesehen. Wir sehen dementsprechend die Demontage bzw. das Trennen vom Upper- und Lower-Receiver natürlich sehr simpel. Bedeutet, wir lösen erstmal, wie vorhin schon gesehen, einmal den hinteren Pin hier hinten drin. Der sitzt übrigens schön fest und sauber drin. Und dann könnten wir natürlich das ganze System jetzt einmal aufklappen. So, wir lösen natürlich noch den vorderen Pin, um den Upper-Receiver oder das gesamte obere Gehäuse einmal zu entfernen. Und voilà, haben wir bereits zwei Teile. Okay, hier vielleicht noch direkt ein kleiner Tipp für euch, Leutz. Ihr könntet jetzt in diesem Zustand hier einen Akku anschließen und könnt das System einmal prüfen. Bedeutet, ja, die Gears werden sich drehen, wenn ihr in diesem Zustand einmal testet. Passt aber auf, das Sektor-Gear bleibt ohne montierte Upper-Gearbox nicht in der korrekten Position stehen. Bedeutet, wollt ihr danach das System wieder zuklappen, dann hakt hier vorne die Tablet Plate nicht mehr ein, da die Position nicht stimmt. Bedeutet, ihr habt hier vorne, wartet mal, ich versuche es euch mal zu zeigen, ihr habt hier vorne innen drin so einen Kunststoffschieber und hier oben an der Kante hakt quasi die innere Tablet Plate ein. Die seht ihr hier unten. Das hier ist quasi einmal eure Tablet Plate. Wenn ihr jetzt hier ohne im demontierten Zustand rumtriggert, dann bleibt es an der falschen Stelle stehen. Bedeutet, dann müsst ihr hergehen, müsst das Ganze vorne einmal mit dem Pin sichern, zuklappen und dann müsst ihr von unten durch den Magazinschacht reingehen und müsst die Tablet Plate von der Upper-Gearbox ein kleines bisschen über die Feder nach hinten drücken, damit das Ganze wieder arretiert. Dementsprechend, wie gesagt, hier ein bisschen zu beachten. Wenn ihr jetzt hier nicht rumtriggert irgendwie, dann müsst ihr natürlich das Ganze nicht ausrichten. So, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir machen erst mal mit dem Upper Receiver weiter. Hier könnt ihr jetzt natürlich ganz normal hergehen und könnt wie bei einer ICS auch einfach einmal die gesamte Upper-Gearbox zusammen mit dem Spannhebel einmal rausziehen. Und dann habt ihr es vielleicht auf der IWA auch schon gesehen. Hier kommt jetzt einmal ebenfalls euer Inner oder euer Lauf zusammen mit der Hop-Up-Kammer auch noch mit raus. Später übrigens für die Montage einfach Spannhebel hier vorne wieder einsetzen und dann das ganze Bauteil oder das ganze Drum so wieder in den Upper Receiver reinschieben. Um jetzt quasi die Hop-Up-Kammer von der Upper-Gearbox lösen zu können, habt ihr hier seitlich so einen kleinen Schieber. Diesen Schieber zieht ihr einmal nach hinten und dann dreht ihr das Ganze. Das ist wie so eine Art Bayonettverschluss. Seht ihr auch, wenn ihr das wieder zum Zusammenbauen schräg ansetzen, hinterdrücken, drehen, klick und dann ist die Hop-Up-Kammer fest mit der Upper-Gearbox einmal verbunden. Also nochmal Schieber nach vorne, einmal drehen, Hop-Up-Kammer einmal abziehen. Dann lasst uns direkt mit der Upper-Gearbox weitermachen. Hier muss zunächst einmal hier oben dieser Fake-Verschluss oder dieses Verschlussblech weg. Hier allerdings gleich mal ein Punkt noch. Und zwar, ihr seht vielleicht, das Blech wird hier oben auch so eine Art Federhülze quasi, wie soll ich sagen, verschweißt eigentlich. Bedeutet, wenn ihr hier mal her schaut, hier vorne ist ein kleiner Schweißpunkt und ebenfalls hier hinten ist ein kleiner Schweißpunkt. Diese beiden Schweißpunkte sind bei mir nach ca. 1000 Schuss bereits gebrochen. Bedeutet, das Blech war bei mir einfach nur noch lose auf dieser Hülze quasi aufgelegen. Denn ich habe das Ganze jetzt mit Sekundenkleber einfach wieder aufgeklebt. Es macht aber von der Funktion absolut keinen Unterschied, ob das jetzt fest verschweißt ist oder ob es einfach nur drin liegt über die Kante. Es kann euch so oder so nicht irgendwie wegfallen oder wegrutschen oder irgendwas. Also mir ist es wirklich erst aufgefallen, wo ich das Ding demontiert hatte und auf einmal das Blech in der Hand hatte. Aber rein von der Funktion, also funktioniert hat es trotzdem. Dementsprechend, wenn da diese kleinen Schweißpunkte da brechen sollten, absolut nicht so wild und wenn es euch doch stört, dann einfach mit Sekundenkleber einmal aufkleben, damit das Ganze hier wieder verbunden ist. So, die ganze Einheit hier oben ist letztendlich auch nur gesteckt. Bedeutet, ihr habt hier hinten so eine Führung und vorne, bedeutet, ihr zieht das Ganze drum einfach nach oben einmal raus und dann könnt ihr schon einmal entfernen. So, schauen wir mal vorne, dass man da auch rauskommt. Na, hinten bleibst draußen. Und dann ebenfalls einmal vorne raus. Zack. Und wie gesagt, das schnappt hier letztendlich nur hier vorne einmal so eine Öffnung ein und hier hinten dann eine Öffnung ein. Gut, dann können wir die Feder rausholen, wie bei einem Federschnellwechselsystem schon gesehen. Bedeutet, entweder großen Inbus oder halt irgendwas zum Dreher nehmen. Springguide reindrücken, kleines bisschen drehen und Springguide mit der Feder nach hinten einmal entfernen. Habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Und jetzt können wir bereits die ganzen Schrauben öffnen. Braucht man 2 mm Inbus-Schlüssel. Quasi letztendlich alle Senkkopfschrauben, die ihr hier außen einmal vorfindet. Alle Senkkopfschrauben gelöst außenrum, können wir die beiden Hälften ganz normal einmal aufklappen. Und da müsst ihr auch nicht aufpassen, dass euch irgendwas entgegenfliegt, sondern das Zeug sitzt einfach sauber drin. Bedeutet, einfach die obere Hälfte weg. Nur jetzt aufpassen. Jetzt habt ihr hier natürlich die Elektronik drin beziehungsweise die Kontakte letztendlich für den vorderen Sensor, welcher durch die Hop-Up-Kammer durchgeht. Bedeutet, dieser Sensor, welcher überwacht, ob jetzt noch eine Kugel in der Hop-Up-Kammer drin ist oder eben nicht. Bedeutet, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass die Platine hier vorne drin ist, ein Halbkreis. Bedeutet, ihr dreht die ganze Platine hier vorne vorsichtig einmal raus. Und hier wirklich aufpassen, das ist sehr filigran, muss ich leider sagen. Bedeutet, hier vorne seht ihr die zwei Sensoren. Hier rüber läuft quasi die Lichtschranke. Und diese Lichtschranke geht durch die Hop-Up-Kammer durch und prüft einfach, ob jetzt eine Kugel einmal zwischendrin ist oder eben nicht. Ihr seht, das ist wirklich nur so ein bisschen Kunststoff. Unter diesem Kunststoff, das ist übrigens nur eine Abdeckung außen drauf, sind eben so ganz dünne Leitungen. Und die sind hier vorne dann verlötet. Bedeutet, hier nicht mit aller Gewalt irgendwie das Zeug versuchen rauszubekommen. Ansonsten könnt ihr ganz schnell hier vorne die Kontakte, bis sie die Lötstellen einmal abbrechen. Also hier etwas Vorsicht walten lassen. So, der Rest ist selbsterklärend. Ganz normal, Pistenstandard, wie man es kennt, können wir nach hinten rausziehen, zusammen mit einem Pisten-Head. Dann haben wir noch unseren Zylinder. Und das Ganze drum können wir am Stück rausziehen. Bedeutet, die kleine Mini-Tabber-Plate hier unten dran, die kleinen Mini-Nossel nach vorne einmal ab. Ganz normaler Zylinder und einmal unser Zylinder-Head. Hier, wie gesagt, hier aufpassen. Das Ganze müsst ihr später wieder so montieren. Die Feder hier drückt letztendlich nur vorne gegen den Zylinder-Head. Bedeutet, ihr steckt das Ganze einfach von vorne einmal auf die Nossel und schaut, dass dann die Feder sauber auf dem Zylinder-Head einmal drücken kann. Und dann ist das Ganze hier vorne unten letztendlich gefedert. Also hier ein bisschen aufpassen. Gut, das soll es auch schon mit der Upper-Gearbox gewesen sein. Dann bietet es sich an, direkt gleich mit der Hop-Up-Kammer weiterzumachen. Ist selbsterklärend eigentlich auch vom Aufbau her eigentlich recht einfach oder simpel gelöst. Ähnlich wie bei VFC. Bedeutet, ihr habt ganz normal über euren Inner Barrel oder über den Lauf letztendlich habt ihr nochmal so einen Mantel aus Aluminium drüber. Den drückt ihr von vorne über ein Gewinde einfach nach hinten und dann läuft es hier hinten einfach über eine Rampe rein. Dadurch stellt ihr einfach mehr oder weniger Hop hier einmal ein. So, zum Demontieren. Wie gesagt, wenn ihr mal einen besseren Tensioner oder eben besseres Bucking verbauen möchtet, zunächst mal die kleine Schraube hier unten. löst einmal die Aluminiumhülse oder das Aluminiumröhrchen. Da braucht man 1,5er, also 1,5 mm Inbus. Lösen wir einfach ein kleines bisschen an und dann können wir das Aluröhrchen einfach einmal nach vorne abziehen. Der zweite Block hier, der ist nur gesteckt. Bedeutet, ihr könnt hier hinten einfach das Ganze noch ein bisschen nach oben drücken und dann hakt das Ganze quasi aus. Seht ihr, ist hier so ein kleiner Versatz drin und später bei der Montage Feder natürlich drauf. Dann das Ding ein bisschen schräg drüber drücken. Aufpassen, dass ihr mit der Rampe quasi unter den Lever drunter geht und dann einfach absenken. Und dann wieder das Röhrchen installiert und dann ist das Ganze wieder montiert. Also einfach nur gesteckt hier letztendlich. So, ziehen wir nach vorne ab, zusammen mit der Feder natürlich. Und dann können wir auch gleich mal den Lever rausholen, zusammen mit dem Tensioner. Da braucht ihr wieder so einen ganz, ganz kleinen Inbus und zwar 0,9 mm. Und da habt ihr hier einen sehr, sehr langen Gewindestift drin. Und diesen sehr langen Gewindestift müsst ihr komplett rausschrauben. So, jetzt da. Also hier der Gewindestift. Ich lasse ihn jetzt einfach mal drin stecken. Dann können wir einmal den gesamten Hop-Up-Arm oder Lever zusammen mit dem Tensioner entnehmen. Und dann habt ihr ganz normal, wie bei anderen Hop-Up-Kammern auch hier unten, einen ganz normalen C-Clip drin. Bedeutet, wir lösen den ganzen einfach über herausclipsen. Schauen wir mal, ob wir mit dem Bit hinkommen. Seitlich einmal reindrücken. Und einmal rausclipsen das Ganze. So, jetzt da. C-Clip einmal nach unten weg. Und dann könnt ihr ganz normal, wie üblich, gesamtes Bucking mit dem Lauf einmal aus der Hop-Up-Kammer rausziehen. Dann lasst uns weitermachen mit dem Lower Receiver. Beziehungsweise zunächst einmal, wie ihr das EFCS-System einmal tauschen könnt, wenn es kaputt sein sollte. Dazu müsst ihr die Gearbox nicht ausbauen. Allerdings geht es nicht ganz so leicht, wie auf der Verpackung bei G&G erklärt. Beziehungsweise auf der Verpackung steht letztendlich nur hier die Schraube raus. Zack, und dann könnt ihr das ganze EFCS entnehmen. Ganz so leicht ist es leider nicht. Bedeutet, zunächst einmal bietet es sich an, hinten den Schaft komplett abzuziehen. Falls ihr nicht wisst, wie, hier unten einfach kräftig dran ziehen, an dem Hebel hier, und dann den ganzen Schaft einfach nach hinten runter. So, denn, wie vorhin beim Thema Akku schon erklärt, leider haben wir weiterhin, obwohl wir hier jetzt ein optisches EFCS drin haben, dennoch haben wir weiterhin, wie üblich bei G&G, immer die Problematik mit Kabel und Sicherung. Alles hinten in der Buffer-Tube immer drin. Und ja, dadurch geht uns einfach leider doch einiges am Platz im Vergleich zu anderen Modellen verloren. Also, warum sie noch so eine mechanische Sicherung da ranballern und warum sie hier jetzt extra nochmal, ja nochmal eine Platine irgendwie brauchen, da innen drin, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Andere Hersteller bringen das doch auch fertig, alles auf der Platine unterzubekommen. Also hier wieder, wie gesagt, ein bisschen Platz hinten in der Buffer-Tube, ein bisschen verschwendet. So, jetzt aber der Punkt zum Lösen des EFCS-Systems. Wir machen erstmal die kleine Schraube hier vorne raus. Die hält letztendlich die ganze Platine, beziehungsweise das ganze EFCS-System. Und jetzt werdet ihr aber feststellen, natürlich nicht wie bei G&G erklärt, einfach nur nach oben hochkippen das Ganze quasi, ja so. Denn die Kabel hängen hier unten natürlich auch noch in so einem Kabelkanal drin. Bedeutet, letztendlich müssen wir ebenfalls hergehen und müssen hier hinten die hintere Schraube, wo die Kabel unten durchlaufen, die müssen wir natürlich auch noch lösen. Nehmen wir also einen 2mm Inbus. Lösen wir also hier hinten die Schraube auch noch und dann habt ihr eben hier hinten diese Kabelführung dran. So, Schrauben müsst ihr aufpassen, es sind zwei verschiedene. So, nehmen wir die Kabelführung einmal nach oben raus. Die liegt einfach nur hier hinten quasi drin und da unten drunter laufen eben die Kabel entlang. Könnt ihr jetzt, glaube ich, so recht schön sehen. So, und jetzt müssen wir aber dennoch den ganzen Kabelstrang ja einmal aus der Tube eigentlich rausziehen, denn wir müssen natürlich die Steckverbindung zum Motor einmal lösen. Und auch hier, seht ihr gleich, einfach sehr, sehr viel Kabel, die bei anderen Systemen einfach nicht nötig sind. Schaut mal, was da hinten alles rauskommt aus der Buffer-Tube. Ja, keine Ahnung, was soll denn das? Also einmal komplett, einmal alles komplett rausziehen. So, jetzt da. Und das ist der ganze Kabelstrang. Und hier seht ihr eben, jetzt haben wir eben hier eine Steckverbindung zu den Kabeln runter, die zum Motor gehen. Diese Steckverbindung, Plus und Minus, lösen wir jetzt einmal. Also kräftig, ja, kräftig einmal abziehen. So, einmal ab. Und erst jetzt ist es letztendlich möglich, das EFCS wirklich einmal zu entnehmen. Bedeutet, Kabel auf der Seite einmal raus. Müsst ihr später natürlich wieder seitlich schön reinstopfen. Und jetzt das ganze EFCS ein bisschen schräg nach oben. Also nicht einfach gerade raus, sondern, ja, so weg, nach oben so schräg raus. Denn ihr seht hier unten, das EFCS hat so einen kleinen Radius. Bedeutet, es muss auch so schräg wieder rein und dann nach unten drunter geführt werden. So, und dann habt ihr das ganze EFCS letztendlich einmal ausgebaut. Und wie gesagt, aufpassen später bei der Montage wieder. Ihr habt extra hier an der Seite ausreichend Platz vorhanden, dass ihr die ganzen Kabel da richtig schön reinlegen könnt. Dann hier hinten runter und dann mit dem hinteren Kabelkanal letztendlich sichern. Damit die Kabel also hier oben schön flach und bündig einmal drin liegen. Der Rest ist dann eigentlich wieder selbsterklärend. Bedeutet, einmal Magazinhalter weg. Auch eine kleine Schraube drin. 1,5 mm Inbusschlüssel. Einmal lösen den Magazinhalter. Kleine Federeimer raus. Auf der gegenüberliegenden Seite fällt er automatisch raus. Dann haben wir hier einen Pin drin. Den müssen wir von der Seite einmal durchklopfen. Quasi hier einmal rein. 2, 3 Schläge drauf. Und dann den Pin auf der Seite einmal entnehmen. Kleiner Pin raus. Und jetzt muss letztendlich nur noch der Pistolengriff weg. Wie üblich natürlich nicht die Motoreinstellschraube lösen. Also nicht die mittlere. Sondern letztendlich nur die hintere und die vordere Senkkopfschraube. Diese beiden Schrauben sind übrigens relativ kurz. Die beiden einmal raus. Dann können wir die Motorplatte einmal nach oben abnehmen. So und jetzt aufpassen. Ganz ganz wichtig. Werde ich jetzt dann gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Beide Kabel laufen im hinteren Bereich des Pistolengriffs nach oben. Denn der Motor sitzt komplett vorne an der Wandung dran. Also nicht irgendwie Minus hinten hoch, Plus irgendwie vorne hoch. Sondern beide. Also Plus läuft unten im unteren Bereich nach hinten. Kommt dann hinten hoch und geht dann wieder nach vorne. Das müsst ihr eben auch später wieder beachten bei der Montage. Ansonsten werdet ihr den Motor da nicht mehr sauber reinbekommen. So, Steckverbindungen einmal lösen. Und den Motor wie üblich einmal nach oben rausziehen. Dann gehen wir mit einem großen Kreuzschraubendreher in den Pistolengriff rein. Und lösen am Boden unten zwei Kreuzschrauben mit Flansch. Beide Schrauben gelöst. Einmal den Pistolengriff nach oben. Ein bisschen nach unten. Und dann nach oben einmal abziehen. Ein bisschen auf die Stecker achten. Oder auf die Motorschuhe achten. So, einmal raus. Eine weitere Besonderheit könnt ihr jetzt hier sehen. Vermutlich hat das Ganze von der Passgenauigkeit standardmäßig irgendwie nicht so ganz gepasst mit dem Pistolengriff. Denn G&G macht hier nochmal so ein kleines Zwischenblech zwischen Pistolengriff und der Gearbox. Wie gesagt, vermutlich hat das Ganze irgendwie nicht ganz gepasst. Dementsprechend hier einfach so ein kleines Blech nochmal drauf. Müsste halt später letztendlich einfach wieder draufstecken das Ganze. Das müssten so 0,5 Millimeter Alublech ist es einfach nur. Rundung, Rundung natürlich nach hinten bei dem Blech. So, dann schauen wir auf der Seite hier. Hier haben wir jetzt bei der Gearbox oder bei der Lower Gearbox lässt sich das Ganze einmal, ja hier unten quasi die Aufnahme für die Schrauben vom Pistolengriff lässt sich austauschen bei der Gearbox. Bedeutet, ihr habt hier zwei Schrauben drin. Diese beiden Schrauben lösen wir. Die beiden Schrauben gelöst können wir jetzt das Bodenstück hier oder die Aufnahme für den Pistolengriff einmal abziehen. So, und jetzt sind wir aber beim nächsten Punkt, worauf ich gerade schon wieder angesprochen habe oder was ich ansprechen wollte wegen der Verkabelung. Wenn ihr jetzt hier mal her schaut, ganz wichtig, es ist ziemlich strange verkabelt, denn es Plus oder beide Kabel laufen hier mittig in diesen Block einmal rein, aber Minus geht dann direkt hoch durch das Loch durch, aber es Plus Kabel geht hier mittig rein, läuft dann einmal außenrum in diesen Kabelkanal rein, kommt dann hier vorne aus dem Loch raus, dann wiederum stopfen sie im Pistolengriff drauf und im Pistolengriff läuft das Kabel dann wieder nach hinten und wieder nach oben. Also ziemlich strange finde ich, warum zieht man nicht einfach beide Kabel nach hinten hoch? Da hätte man sich dieses, dieses Geschlängel hier einmal sparen können, denn das ist später zum Wiedermontieren ziemlich fummelig hier das Kabel wieder reinzuziehen. Denn wie gesagt, das hier ist letztendlich im Vergleich zu anderen Systemen ein extra Bauteil und auch müsst ihr später aufpassen, wenn ihr es wieder zusammenbaut, wenn ihr das Ganze hier einmal reinbekommt und reinschiebt, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr wieder die korrekte Länge von den Kabeln habt. Bedeutet beim ersten Mal wieder montieren, habe ich die Kabel fast ein bisschen zu kurz gehabt und bin dann oben nicht mehr an meinen Motor hingekommen, musste also nochmal alles wegschrauben, musste dann hier dieses ganze freiliegende Kabel, was hier quasi einfach durchläuft, wieder ein bisschen nach unten schieben, das Ganze wieder neu ausrichten, wieder ein bisschen ziehen, damit ich ausreichend Kabel zur Verfügung hatte. Also das ist für eine Demontage ist das finde ich ein kleines bisschen, ja ein kleines bisschen wurstig umgesetzt. So, dann fehlt eigentlich nur noch vorne der Bolt Catch Lever bzw. Verschlussfanghebel, da ist ein kleiner Pin natürlich drin wie üblich, den könnt ihr einfach einmal rausdrücken, der wird über einen kleinen Ohrring gesichert. Bedeutet hier einmal kleiner Pin raus, legen wir uns auf die Seite und jetzt könnt ihr in der Sicherung oder auf Save, könnt ihr die Gearbox einmal nach oben entfernen. So, ihr seht der Bolt Catch Lever kommt mit raus, den nehmen wir jetzt gleich mal ab, der muss später letztendlich nur diese kleine Kante hier, die hier oben seht, die muss hier wieder eingehakt werden. Bedeutet, wenn ihr die Gearbox später von oben installiert, dann setzt ihr den ganzen Bolt Catch Lever einfach hier wieder an und drückt das zusammen, genau so, nein drückt das Ganze quasi zusammen einmal wieder nach unten rein in den Lower Receiver. So, also gesamte Lower Gearbox einmal nach oben entfernen. So Leute, und bevor wir jetzt die Lower aufmachen, achtet unheimlich auf das Zahnradsystem, denn hier müssen alle Zähne exakt sauber ausgerichtet sein. Und das ist leider nicht ganz so einfach, wie bei manchen anderen Systemen. Bedeutet, ihr müsst natürlich später für die Installation beide Feuerwahlhebel im inneren Bereich in der gleichen Position haben. Im besten Fall beide auf sicher. Also einmal nach vorne und dann seht ihr, dann ist dieses Teil hier einmal offen, um später die Gearbox wieder installieren zu können. So, und jetzt habt ihr aber natürlich hier, standardmäßig auf der Seite vom EFCS-System oder von der ETU, habt ihr letztendlich kleine, ja kleine Sensoren. Bedeutet, hier sind zwei Sensoren drauf. Einmal TSA1 und einmal TSB1. Diese beiden Sensoren sind für den Feuerwahlhebel zuständig. Bedeutet, wird der untere reflektiert, seid ihr auf Semi, wird der obere reflektiert, seid ihr auf Full Auto. Ist für Deutschland ziemlich unrelevant, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber dementsprechend auch wichtig, dass wenn ihr hier in der Sicherung steht, quasi das hier ist die Sicherung, so steht das Zahnrad, quasi offen nach unten. Dann muss dieses Zahnrad wiederum ebenfalls von der Aussparung komplett offen sein. Bedeutet, die Sensoren dürfen in diesem Zustand nichts sehen oder nicht reflektieren. Gleichzeitig müsst ihr auf der anderen Seite die Zahnräte ebenfalls so ausrichten, dass wenn ihr jetzt auf sicher seid, dass das Zahnrad offen ist, dann wird dieser kleine Leather oder dieser kleine Hebel nach oben gedrückt. Und sichert das Ganze hier unten über dieses kleine Stahlteil hier. Und das muss genau alles exakt ausgerichtet sein. Wenn ihr hier nur einen Zahn ein bisschen verstellt, dann funktioniert entweder die Sicherung nicht mehr oder eure Feuermodis passen nicht mehr. Am besten schaut es bei mir jetzt einmal an, wenn ihr hier Probleme haben solltet. So muss das Ganze in der Sicherung stehen. Wie gesagt, hier offen, nach unten, drückt hier oben drauf, drückt hier drauf, Zahnrad natürlich arretiert und auf der gegenüberliegenden Seite, wie gerade schon gesehen, das Zahnrad hier von der Fräsung offen und hier ebenfalls das Zahnrad nach unten geöffnet. Wie gesagt, kleines bisschen wurstig das Ganze. Okay, zum Demontieren, wir können zunächst mal diesen Sicherungsleather einfach einmal nach oben abziehen. Der ist nur aufgesteckt, genauso wie letztendlich diesen großen. Da müsst ihr halt nur aufpassen, da seht ihr da so eine kleine Minifeder drin. So, wenn ich jetzt einen kleinen Bit finde. Hier ist so eine kleine Minifeder drin. Diese Feder einmal vorsichtig rausnehmen, auf die Seite legen und dann könnt ihr ebenfalls den Leather ebenfalls nach oben einmal entnehmen. So, dann das Zahnrad liegt auch nur drin. Hier so ein kleiner Halbkreis, da wird es später einfach wieder einmal installiert. Dann bleibt uns letztendlich nur noch unser mittleres Verbindungszahnrad. Da habt ihr eine Welle durch und das klopfen wir uns von der gegenüberliegenden Seite raus. Bedeutet, wir drehen das Ganze um und klopfen von der Seite auf die mittlere Welle. Kleines bisschen, kleines bisschen mit Gefühl. Ansonsten drückt wir es ein bisschen hochdrücken. So, und dann löst sich das Ganze bereits. Einmal abnehmen. Wie gesagt, wenn ihr von der anderen Seite klopft, dann klopft ihr das Ganze hier gegen diese Stahlblech oder gegen diese Abdeckung hier. Und dadurch könnt ihr das verbiegen. Dementsprechend von der anderen Seite klopfen. So, okay, und dann können wir, wenn wir wollten, weil das fällt später eh raus, nehmen wir das Zahnrad ebenfalls einmal raus. Wie gesagt, hier jetzt, jetzt laufen die Zahnräder hier frei. Da müsst ihr eben, wie gesagt, später auf die Ausrichtung wieder aufpassen. Gut, Leute, drehen wir es uns um und machen letztendlich die ganzen Senkkopfschrauben raus. 2 mm Inbus und diese Senkkopfschrauben sind alle exakt gleich lang. Bedeutet, ihr müsst euch keine Gedanken machen, wo später welche Schraube wieder hingehört. Alle Schrauben gelöst, können wir das Ganze nach oben einmal aufklappen. Nur einen Abzug müsst ihr ein bisschen festhalten, denn der könnte euch gegebenenfalls einmal rausspringen. Der löst sich nämlich jetzt gleich. Na, bleibt da drin, ja, bleibt drin. So, einmal aufklappen. Hier oben drin, wartet mal, ich ziehe es mal noch ein bisschen runter. Hier oben drin habt ihr die untere Tablet Plate laufen. Bedeutet, da seht ihr das, da hinten eine kleine Feder einmal drin und die Tablet Plate wird hier quasi mitgenommen. Seht ihr das? Und die könnt ihr auch einfach, ja, einfach einmal rausnehmen und nur hier hinten halt auf die kleine Feder aufpassen. So, die kleine Feder, wie gesagt, die läuft letztendlich nur da hinten auf der Tablet Plate drauf. Okay, Schimmscheiben natürlich ebenfalls wie üblich aufpassen und dann können wir auch die Gears rausnehmen. Anti-Reversal einmal rausnehmen und wenn wir wollten, auch den Abzug nur da müsst ihr aufpassen. Ich erkläre es euch mal noch ganz kurz, dann haben wir es vollständig. Der Abzug, die Abzugsfeder ist ein bisschen anders wie bei anderen Systemen. Bedeutet, wenn ihr den mal rausnehmt, dann werdet ihr feststellen, da fällt nochmal so ein kleiner Pin hier raus. Den hier meinte ich. So, und der hat eine kleine Kerbe drin. In dieser kleinen Kerbe arretiert die Feder, die Abzugsfeder. Bedeutet, später zum Abzug installieren, diesen kleinen Pin hier unten wieder reinstecken. Am besten so hinlegen und dann seht ihr, dass hier die Abzugsfeder so einen kleinen Haken hat. Und dieser kleine Haken arretiert dann später unten an dieser kleinen Nut. Ist zum Installieren ein kleines bisschen fummelig. Bedeutet, erstmal die Abzugsfeder hier wieder einmal reinsetzen und dann eben mit dem Haken auf diesen Pin draufgehen. Wie gesagt, ist ein bisschen wurstig. Und am besten das Ganze bei der Montage festhalten, damit es euch nicht wieder rausspringt. Macht fast so viel Spaß wie bei einer V3 Gearbox. Okay Leute, das soll es mit der Demontage gewesen sein. Dann schauen wir uns diese ganzen Internals, den Aufbau von dem System einmal im Detail an. Dann lasst uns also zusammen die Internals einmal im Detail durchsprechen. Und beginnen wir hier zunächst einmal bei der Lower Gearbox und bei der Lagerung. Die Lagerung ist schnell besprochen. Es sind letztendlich Standard 8mm Kugellager mit Flansch natürlich, wie man es im Airsoft-Bereich einfach gewohnt ist. Und das Ganze an jedem einzelnen Zahnrad, beziehungsweise an jedem einzelnen Gear. Auch hier würde ich heute wieder sagen, für die Energie, wie die Knüfte kommt, 1,4, 1,5 Joule. Vollkommen ausreichend, muss man nichts dran machen. Wenn man höher geht, würde ich eine Hybrid-Kombination aus Stahllaufbuchsen und Kugellager bevorzugen. Ist einfach ein bisschen haltbarer. Gerade am Sektor würde ich dann eben komplett auf Stahllaufbuchsen gehen. Unten wie auch oben am Spörgear nur im unteren Bereich eine Stahllaufbuchse. Und beim Bevel-Gear dann genau andersrum, also unten Kugellager, oben drauf eine Stahllaufbuchse. Dann hat man so genau die richtige Kombination und Mischung aus Haltbarkeit und Laufruhe. Wie gesagt, hier standardmäßig nichts zu kritisieren. Und auch sitzen die Kugellager wirklich hervorragend in der Shell drin, sind sauber eingepresst vom Lagersitz her und lösen sich nicht von alleine. Das ist in Ordnung. So, die Lower-Gearbox ist ebenfalls von der Passgenauigkeit her hervorragend. Sitzt sauber im Lower-Receiver drin. Wird auch über den Pin und über die Schrauben wirklich sauber fest fixiert und arretiert. Und im Allgemeinen muss man hier vielleicht direkt gleich mal ansprechen. Wenn ihr das System zusammenklappt, habt ihr nicht das Phänomen wie bei ICS, dass das Modell unheimlich laut wird. Also das hat mich sehr positiv überrascht, denn wer eine ICS kennt mit dem Split-Design, der weiß, dass diese Airsoft-Modelle immer etwas lauter sind. Das wiederum ist jetzt bei der G&G, bei dem G3-System eben nicht der Fall. Bedeutet, entweder werden die Bauteile und allgemein vielleicht die Shells deutlich besser arretiert oder zueinander quasi ausgerichtet. Oder aber die Teile werden einfach im Vergleich zu ICS ja deutlich schöner geführt bzw. gehalten im Receiver. Denn hier ist absolut kein Unterschied von der Lautstärke her, ob man jetzt dieses G3-Split-Design hat oder eine handelsübliche Airsoft-Knifte. Also hier wirklich positiv überrascht, dachte ich auch, das Modell könnte ein bisschen lauter werden. Aber nein, hört sich rein vom Klang her, außer das Kreischen, wie vorhin schon angesprochen, hört sie sich dennoch recht sauber an. Und eben dieser Aufprall, dieser Knall, nicht so laut wie bei ICS. So, die Lower Gearbox ist ebenfalls von der Passgenauigkeit selbst hervorragend. Habt ihr gerade schon gesehen, sind zwei Hälften. Sitzen hier über ein Nut- und Federsystem. Sitzt das Ganze hervorragend einmal zusammen, wird sauber ausgerichtet. Auch hier kein Spiel in den Hälften drin. Bedeutet, diese beiden Hälften können nicht irgendwie ein Zehntel oder 0,2 Millimeter irgendwie aneinander vorbeirutschen. Und dementsprechend ist natürlich auch die Ausrichtung bzw. die Achse der einzelnen Zahnräder bzw. Gears passgenau gefertigt und sauber gefertigt. Also das ist wirklich in Ordnung. Hier kann man also absolut nichts schimpfen. Haben sie auch sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Gerade dieses Kabelmanagement seitlich. Die Aufnahme für die ETU bzw. für das EFCS-System hier innen drin ist ebenfalls sehr gut gelungen. Nur wie gerade bei der Demontage vielleicht schon gesehen, diese ganze Verkabelung, da müssen wir später nochmal drüber quatschen. Das hätten wir heutzutage auch deutlich schöner lösen können. Aber wie gesagt, hier von der Lower Gearbox in Ordnung und auch die Passgenauigkeit ist wirklich klasse. Auch hier unten diese separate Aufnahme für den Pistolengriff unten sitzt einfach perfekt dran. Material wird einmal zusammengepresst hier unten und passt einfach von der Passgenauigkeit wirklich hervorragend. Also ich denke, da wird es auch keinen Unterschied machen, wenn man jetzt irgendwie eine CNC-Gearbox oder so hernimmt. Das Zeug passt einfach aufs Zehntel genau. Dementsprechend Lower Shell und Lagerung tiptop. Was dann leider bei meinem Review-Muster nicht ganz perfekt ist, sind leider die Gears. Und das ist auch das erste Mal in den letzten sieben Jahren, wo mir ein Gearset unter die Augen kommt von G&G, welches von der Fertigung nicht ganz perfekt ist. So, ihr seht hier, es ist letztendlich ein handelsübliches Standard-Gear-Set. Bedeutet auch dieses G3-System ist ebenfalls zu Standard-Gears kompatibel. Ihr könnt also auch hier problemlos auf ein 13 zu 1er Gearset zum Beispiel wechseln, wenn ihr das System noch etwas schneller haben möchtet. Auf jeden Fall die Gears von G&G Standard-Gear-Set 18 zu 1 mit einem vollen 16-Zahn Sektor-Gear. Hätte man jetzt zwar für die Lauflänge von 330 mm nicht unbedingt benötigt, wäre auch ein Short-Shock möglich gewesen, vielleicht mit 13, 14 Zähnen. Aber auf jeden Fall voll 16 Zähne, ist ja in Ordnung. Worauf ich heute hinaus möchte, oder wo ich leider ein kleines Problem habe bei meinem Modell, wenn ihr euch das Spör-Gear anschaut und euch den unteren Zahnkranz im äußeren Bereich hier mal im Detail anschaut, und ich hoffe, ich kann das irgendwie einfangen, dann seht ihr vielleicht hier, dass die Oberfläche anders aussieht, im halben Kreis, wie auf dieser Seite. So, und hier schleift leider das Spör-Gear auf dem Bevel-Gear, denn das Spör-Gear in meiner Version eiert leider wie ein Hunsalschwanz. Also das geht leider überhaupt nicht und dementsprechend, wie vorhin vielleicht auch schon kurz angesprochen, das Klangbild bei meinem Modell leider nicht ganz perfekt. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich noch nie G&G-Gears untergekommen, wo es Spör-Gear so krass geeiert hat. Hatte ich noch nie in meinem Leben Probleme. Bei anderen Gears, die aus China irgendwo kommen, so SHS oder so, ja, da kann sowas schon mal auftreten. Aber auch hier jetzt das erste Gearset leider, wo das Spör-Gear nicht ganz perfekt ist. Das ist aber, wie gesagt, das ist wirklich, ja, chargenabhängig. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr euch das Modell kauft, dass jetzt jedes Spör-Gear sofort eiert. Nein, ich gehe davon aus, dass es hier wirklich irgendwie halt mal gerade bei dem zu einer Fehlproduktion oder zu einem Fehler des Verpressens gekommen ist. Möchte ich euch ganz kurz zeigen, wenn wir quasi jetzt hier das Spör-Gear mal einsetzen. Shims sind übrigens alle sauber drauf und es ist auch perfekt eingeschimpt. Bedeutet, es ist sogar fast ein bisschen zu krass geschimpt. Also die Gears haben absolut kein Spiel mehr drin, laufen aber dennoch frei. Also Klemme nicht. Also Shimming können wir als positiv ansprechen. Nur eben, wenn ihr jetzt hier das Spör-Gear euch anschaut, eben der halbe Kreis einmal hier rum und euch dann hier unten am Bevel-Gear die Aufnahme oder die Arretierungsflächen vom Anti-Reversal-Ledge euch anschaut, dann streift hier leider dieser halbe Zahnkranz, streift uns hier innen drin an der Arretierung. Und das versuche ich euch jetzt mal irgendwie zu demonstrieren. Bedeutet, wenn ihr jetzt euch mal das Spör-Gear genau anschaut und das Bevel-Gear und ich drehe das mal ein bisschen schneller, dann könnt ihr glaube ich sehen, wie das Spör-Gear immer ein kleines bisschen hoch und runter geht. Also läuft ein kleines bisschen nicht mehr zentrisch und dadurch kommt es dazu, dass eben wenn der untere Zahnkranz quasi eiert und an dieser Position hochkommt, dann streift uns der oder streift der bei meinem Modell hier unten drin quasi genau hier auf diese Arretierung vom Anti-Reversal-Ledge. Also wie gesagt, ich werde die Gears dann eh raus machen. Wie gesagt, hier leider bei meinem Preview-Modell, das Spör-Gear eiert ein kleines bisschen leider. Kann man vielleicht auch in der Aufnahme jetzt nochmal besser erkennen, falls ihr es gerade nicht sehen konntet. Es ist jetzt letztendlich nur das Spör- und das Bevel-Gear eingebaut, Schraube ist drin und wenn man jetzt das Spör-Gear einfach mal dreht, dann merkt man quasi eine halbe Umdrehung geht relativ straff und die nächste halbe Umdrehung läuft es dann wieder komplett frei. Seht ihr das? Läuft total leichtgängig und smooth. Und wenn man es dann einfach mal weiter dreht, dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo es unheimlich schwergängig wird. Und sobald dieser Punkt dann überwunden ist, wird es wieder leichtgängig. Wie gesagt, hier leider ein kleines bisschen Eiern auf dem Spör-Gear vorhanden. Und was ihr vielleicht gerade beim Sektor-Gear schon gesehen habt, wir haben hier einen relativ ausgeprägten und langen Delayer drauf, der das Timing sehr stark nach hinten verlängert. Bedeutet nicht wie ein üblicher Standard-Delayer nach vorne und nach hinten die Zeit angepasst, sondern hier vom Timing, der Steuernocken fängt hier vorne an und dann das Timing von der TP bzw. von der Tablet Plate sehr lange nach hinten gezogen über den Delayer. Da müsst ihr eben aufpassen, wenn ihr auch ein 13-Einzel-Gear-Set oder so verwenden wollt, aufpassen auf das Timing, müsst ihr kontrollieren. Denn allgemein, die Tablet Plate ist natürlich hier unten relativ speziell. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht so eine ausgeprägte lange Flosse hinten runter, sondern ihr habt hier wirklich nur dieses kleine Mini-Stückchen. Das ist letztendlich eure ganze Tablet Plate hier oben drin. Dementsprechend, wie gesagt, wollt ihr auf ein schnelleres Gear-Set gehen mit Delayer definitiv und dann eben kontrollieren, wie lange bleibt denn meine Tablet Plate letztendlich geöffnet. Seht ihr, hier wird das Ganze vom Delayer mitgenommen, wird aufgezogen, bleibt offen, bleibt offen, bleibt offen und fährt dann schlagartig wieder nach vorne. Ihr habt also nicht diesen langsamen Übergang von der Tablet Plate Flosse wie bei Standardgears, sondern die Tablet Plate hakt ja sofort aus. Also dann wird nicht mehr langsam nach vorne gezogen, sondern eben instant. Seht ihr das? Drehen wir mal und dann hier, zack, hier kommt schon der Punkt und dann hakt sie einfach sofort aus und schießt sofort nach vorne. Also kein langsamer Übergang. Wie gesagt, hier vom Timing eben beachten, wenn ihr ein anderes Gear-Set verwenden möchtet. So Leute, und jetzt lasst uns im Detail über diese brandneue ETU bzw. über das brandneue optische EFCS-System von G&G kurz sprechen. Ihr seht, ich habe das Ganze für euch mal auseinandergezogen, denn es ist letztendlich ähnlich aufgebaut wie ein Gate Titan. Bedeutet auch hier habt ihr ein optisches EFCS-System bzw. eine optische ETU. Hier werden also viele, ja viele Steuersignale über sogenannte Lichtschranken weitergegeben an die Elektronik. Ihr habt hier letztendlich nur einen kleinen Mikrotaster drauf, einen mechanischen und dieser sitzt einmal vom Schützen aus auf der linken Seite drauf. Das ist der kleine Switch Nummer 1 hier auf der Platine seitlich und der ist letztendlich nur für den Bolt Catch bzw. für den Verschlussfanghebel zuständig. Das bedeutet, wenn die Krifte aufgehört hat zu schießen, ihr drückt den Verschlussfang, dann passiert nichts anderes, wie dass ihr diesen kleinen Switch hier und diesen kleinen Mikrotaster einmal ansteuert. Alle anderen Sensoren bzw. Sensoren für den Fire Selector, Sensor für die Zyklenüberwachung wie auch für den Abzug sind hier über Lichtschranken, also optische Sensoren geregelt. Ihr seht zum Beispiel hier hinten drauf, da müsst ihr eben wieder aufpassen. Auch hier habt ihr auf dem Lower und auf dem Upper Board diese kleine Sensoren hier. Q-POS nennt sich das Ganze. Auf der anderen Seite ist das Ganze quasi hier gegenüberliegend, T-POS. Und hier ist einfach so eine kleine Lichtschranke durch, die auch wieder die Zyklenüberwachung wie beim Titan über die Zähne des Sector Gears regelt. Bedeutet jedes Mal, wenn ein Zahn vorbeifährt, wird dieser von dieser Lichtschranke einmal gezählt. Was ich euch jetzt noch nicht sagen kann, ob das EFCS aufgrund dieses Systems mit der optischen Lichtschranke mit einem Short Stroke zurechtkommt. Denn zum Beispiel beim Titan, wenn man hier mit zu wenig Zähnen am Sector Gear fährt, mit einem Short Stroke, dann muss man im Titan teilweise in der Software das Ganze auf DSG stellen. Da sonst die Elektronik einfach durcheinander kommt, da man zu wenig Zähne auf dem Sector Gear drauf hat. Wie gesagt, kann ich euch leider noch nicht genau sagen. Wenn ihr aber euch mal überlegt, wir haben hier einen 330 mm Lauf, da würde ich eh sagen, dass wir standardmäßig einfach mal ein 16 Zahn Sector Gear erstmal drin lassen. Wer es dann irgendwann mal testen möchte mit einem Short Stroke, gerne mal unten ein Kommentarfeld verwenden. Also hier optische Ansteuerung, Anzahl der Zähne wie beim Titan und dann, wenn wir uns die Platine von der Seite anschauen, dann können wir ebenfalls sehen, wie hier letztendlich der Feuerwahlhebel angesteuert wird. Denn hier habt ihr letztendlich ebenfalls zwei kleine Sensoren drauf. Das ist einmal TSA1, das ist der untere und TSB1, das ist der obere Sensor. Und je nachdem, wie ihr dann in der Lower Gearbox einmal euer Selektorrad, nenne ich es jetzt einfach mal, dreht, werden diese Sensoren angesteuert. Bedeutet, so seid ihr in der Sicherung drin, bedeutet, ihr seht, dieses Zahnrädchen, dieses Kunststoffzahnrad ist hier komplett ausgespart. Bedeutet, die Sensoren, weder der untere noch der obere sehen etwas, dann schaltet ihr das Ganze einmal auf Semi um und dann seht ihr, dass hier innen auf dem Zahnrad so eine reflektierende Folie aufgeklebt würde. Und sobald dieser Sensor, der untere, dann registriert oder diese Reflektion registriert, dann seid ihr quasi auf Semi. Für österreicher Schweizer oder eben allgemein andere Zuschauer, nicht aus Deutschland, wenn ihr dann noch weiter dreht und der obere Sensor nimmt die Reflektion wahr, dann seid ihr in eurem Full-Auto-Modus oder eben im Burst-Modus. Bedeutet, hier können wir zumindest schon mal festhalten, sollte es mal Probleme mit dem Feuerwall-Hebel-System geben, damit die Elektronik nicht feststellen kann, auf welcher Position ihr gerade seid, dann ist hier eben dieser kleine reflektierende Sticker auf dem Zahnrad einmal zu kontrollieren. Gegebenenfalls könnte er dreckig werden, Schmutz draufkommen, Fett oder sowas draufkommen und dadurch kann dann der Sensor die Position nicht mehr erkennen. So, der nächste Punkt ist dann auch der Abzug, auch das habe ich euch vorhin schon gesagt, ist bei meiner Version aktuell leider noch nicht einstellbar, soll aber im Auslieferungszustand dann der Fall sein. Denn ihr habt natürlich auch für den Abzug hier unten drei kleine Sensoren, bedeutet, legen wir mal die Platine hier rein, dann seht ihr hier unten habt ihr TR1 bis TR3, diese drei Sensoren und die regulieren letztendlich oder nehmen den Abzug wahr, wenn ihr diesen einmal nach unten bewegt. Bedeutet, habt ihr das Ganze über den Remote-Controller oder über die Fernsteuerung, über das Ding hier, auf Position 1 eingestellt, dann löst der Schuss letztendlich, wenn ihr über TR1 drüber fahrt. Habt ihr in der Mitte eingestellt, ist auf TR2 und aktuell bei meiner Version ist es ganz unten TR3, bedeutet, erst wenn ich mit dem Abzug quasi mit diesem Stück hier über den TR3-Sensor hinabfahre oder drüber fahre, erst dann löst der Schuss. Wie gesagt, bei meiner Version ist das Ganze aktuell leider noch nicht einstellbar, in der finalen Version und im Auslieferungszustand, sollt ihr das Ganze aber auch bei der deutschen Variante, semi-only, einmal einstellen können, laut G&G. Ich werde mir das ganz einfach machen, ich klebe mir einfach hier unten ein kleines bisschen wieder Kunststoff drauf oder irgendwie ein Gummi oder so, damit einfach der untere Sensor etwas schneller reagiert. Und auch dann kann ich bei meiner Version den Abzugsweg nach vorne stellen letztendlich. Also die Elektronik an sich wirklich durchdacht, alles mit an Bord, was man braucht. Ob man jetzt allerdings diesen ganzen Schnickschnack mit diesem Bolt-Catch-Lever-System und mit der Lichtschranke oben für den BB-Indikator, ob man das wirklich alles braucht, das sei mal dahingestellt. Also wie gesagt, ich finde, es ist wirklich viel Schnickschnack, worauf man eigentlich verzichten kann. Ich meine, wenn keine Kugeln mehr rauskommen, dann ist halt das Magazin leer. Für Millsimmer oder wer darauf Wert legt, dass eben der Bolt-Catch funktioniert und dass die Knifte automatisch aufhören zum Schießen, da ist es sicherlich eine feine Sache. Wie gesagt, ist jedem selbst überlassen. Ich finde, es ist ein bisschen viel Schnickschnack. Und der letzte Punkt, das möchte ich auch nochmal ganz kurz vielleicht wiederholen, auch der eine Punkt, was mir leider nicht ganz so gut gefällt, was G&G heutzutage hätte besser machen können, das ist eben die gesamte Verkabelung. Ich versuche hier übrigens gerade Lower und Upper Board wieder zusammenzustecken, ohne dass ich es kaputt mache. So, jetzt da. Wie gesagt, da haben sie schon immer ihre Probleme ein bisschen gehabt, auch mit der alten ETU von G&G, hat man immer hinten in der Buffer-Tube einen Haufen Platz aufgrund der Elektronik einfach verschwendet. Und jetzt bin ich eigentlich davon ausgegangen, wenn sie jetzt schon so ein geiles neues EFCS-System entwickeln, optisches System, dass genau dieses Problem eben entfällt. Ja, und genau das ist nicht der Fall. Wie bei der Demontage vielleicht schon gesehen, ihr habt da so einen Haufen Kabelgruscht und Gelumpe hinten in der Buffer-Tube wieder drinstecken. Vier Kabel oder fünf Kabel sogar, die hier letztendlich hochkommen. Dann habt ihr wieder so eine kleine eingeschrumpfte Platine noch mit drauf. Dann habt ihr wieder die mechanische Sicherung. Also das ist auch lauter so Kabelgruscht, was bei anderen EFCS-Systemen einfach nicht vorhanden ist. Nehmt ihr einen Aston, nehmt ihr einen Titan, da habt ihr einfach zwei Käbelchen hinten mit dem Stecker dran und fertig. Warum bekommt es G&G nicht hin? Was ich natürlich schön finde, wie gesagt, wenn mal die Elektronik kaputt sein sollte, ja, ihr könnt die deutlich schöner oder leichter auswechseln, wenn sie kaputt ist. Ihr müsst nicht die ganze Lower-Gearbox rausbauen und alles demontieren, aber auf Gunsten des Platzes für den Akku weiß ich jetzt nicht. Also wir hätten zwei Käbelchen, Plus und Minus nach hinten, wären für mich ausreichend gewesen. Lasst uns anschließend gleich mit der Upper-Gearbox weitermachen, beziehungsweise mit der oberen Gearbox. Hier von der Qualität muss man sagen, ist es ebenfalls in Ordnung. Nur hier haben wir im Vergleich zur Lower, haben die beiden Hälften ein kleines bisschen Luft oder können ein kleines bisschen aneinander vorbeirutschen. Das seht ihr vielleicht hier hinten, aber das sind letztendlich so 0,2 mm. Wird also nur über die Senkkopfschraube letztendlich dann einmal ausgerichtet die hinteren Bauteile. So, aber ansonsten ist die Qualität super und wie vorhin auch schon angesprochen, wenn das Ganze zusammengeklappt ist und über den hinteren Pin dann arretiert wird, dann sitzen diese beiden Hälften wirklich tadellos zusammen. Bedeutet, ihr habt kein Kreischen irgendwie drauf. Der Übergang vom Sektor-Gear auf den Pisten funktioniert sauber. Ihr habt nicht zu viel Zahnspiel drin. Das passt also wirklich tadellos. Vom Aufbau her oder von der Haltbarkeit her, da bin ich mir heute absolut unschlüssig. Denn wenn wir uns zunächst mal die eine Hälfte uns anschauen, da würde ich sagen, das ist wirklich tiptop. Wir haben hier oben einmal Radius drin, wir haben hier unten einen kleinen Radius drin. Allerdings ist die Gearbox dann hier vorne doch relativ dünn gewählt. Jetzt haben sie zwar hier innen drin nur so eine ganz kleine dünne Tablet Plate letztendlich im Vergleich zu anderen Systemen, aber dennoch nicht wirklich ausschlagend mehr Materialeimer vorhanden. Also wie gesagt, ob das dann hier, ob dieser Steg hier rüberwärts, ob das von der Haltbarkeit so lange hinhaut, weiß ich nicht. Kann ich euch noch nicht sagen. Absolut keinerlei Langzeiterfahrungen. Da müssen wir dann mal so in einem halben Jahr uns mal nochmal schlau machen, ob es gegebenenfalls schon mal zu einem Reisen von so einer Gearbox gekommen ist oder eben nicht. Ich würde jetzt Standard sagen, vielleicht maximal 1,8 und dann ist aber auch gut, und vielleicht noch ein Sorbo-Pad verwenden, ein weiches, auch ein Zylinder-Head, damit nicht so viel Last auf einmal, auf einem Schlag quasi in die Gearbox reingeht, dann kann man sicherlich die Haltbarkeit noch etwas optimieren. Aber wie gesagt, ich finde, es ist hier schon relativ dünn gewählt. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite muss man sagen, da sieht es dann nicht viel anders aus, denn hier ist das Ganze noch ein bisschen komischer konstruiert. Hier läuft letztendlich die gesamte Last nur hier vorne rein. Ihr seht, hier unten ist die Gearbox komplett einmal geschlitzt, bedeutet, der Aufprall läuft genau hier einmal rein. Also entweder wird es hier durchbrechen, durchreißen, oder hier oben rüber einmal reißen, auch wenn hier einmal Radien vorhanden sind. Wie gesagt, alle Spekulationen, es kann sein, dass die Gearbox 100.000 Schuss mit 2 Joule aushält, selbstverständlich. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass das Ding mit 2 Joule nach, keine Ahnung, 50.000 Schuss oder sowas reißt oder bricht. Je nachdem, wie man es halt von der Energie vielleicht übertreibt oder eben nicht übertreibt. Also hier, wie gesagt, ob das auf Dauer so gut hält wie eine Standard V2, weiß ich nicht, kann ich auch nicht beurteilen. Sie haben das Ganze jetzt, wie beim EFCS-System vielleicht schon kurz angesprochen, Sie haben das Ganze jetzt so konstruieren müssen, da Sie unbedingt hier oben diese zweite Platine nochmal installiert haben für die Lichtschranke von der Hop-Up-Kammer. Bedeutet, ihr habt hier letztendlich eine kleine Platine drauf mit einer Lichtschranke und diese Lichtschranke geht letztendlich durch die Hop-Up-Kammer durch. Bedeutet, an der HU oder an der Hop-Up-Kammer habt ihr hier so einen kleinen Durchgang. Hier geht eine Lichtschranke durch und die nimmt quasi wahr, ob jetzt eine BB in der Hop-Up-Kammer drin ist oder eben nicht. Ist keine BB mehr drin, also das Magazin leer, dann hört die Waffe auf zum Schießen. Und nur für dieses Feature halt hier vorne, ja die ganze Gearbox irgendwie vielleicht ein bisschen geschwächt im Vergleich zu anderen und alles wieder komplett umgemodelt, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war. Wie gesagt, ich persönlich, ich brauche das Feature nicht, wenn ihr da scharf drauf seid, ja dann sei es euch gegönnt. Auf jeden Fall kann es die Waffe, muss man natürlich auch positiv ansprechen. Aber wie gesagt, was man dafür aufgibt, nur damit dieses Feature vorhanden ist, ja weiß ich jetzt nicht. Wie vielleicht vorhin auch schon angesprochen beim Thema Hop-Up-System, das ist alles eine super Sache, aber ja, aufgrund auch wieder, aufgrund der Platine da innen drin, haben sie jetzt hier kein Rotary irgendwie mehr dran, sondern ihr müsst die Hop-Up-Kammer halt von vorne dann letztendlich einmal einstellen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, jedes Mal vorne irgendwie mit einem Cent-Stück oder mit einem Schraubendreher. Bei anderen Systemen kann ich das einfach easy von der Seite machen. Geht also meiner Meinung nach sogar fast ein bisschen einfacher, es Hop-Up einzustellen bei den älteren Rotary-Systemen, wie jetzt hier bei dem neuen G3-System. Und wie gesagt, und alles eben nur, weil hier diese Platine da irgendwie Platz finden musste. Weiß ich jetzt nicht. Ist jedem selbst überlassen, könnt ihr euch überlegen, wenn ihr dieses Feature feiert, dass die Knifte eben automatisch aufhört zum Schießen. Wenn das Magazin leer ist, dann ist es wirklich eine geile Sache. Haben sie es super umgesetzt, funktioniert auch klasse. Wenn ihr auf dieses Feature keinen Wert legt, dann fährt man vielleicht mit anderen Systemen ein bisschen besser. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen. Je nachdem, wie man es sieht. Okay, dann lasst uns mal weitermachen mit dem Zylinderset. Da beginnen wir erstmal beim Zylinder. Und das ist rein vom Durchmesser und von der Länge ein Standardzylinder. Bedeutet, ihr könnt hier auch problemlos geschlossene Edelstahlzylinder Type F einmal darin verwenden. Und da müssen wir eben gerade beim Zylinder auch das Verhältnis ansprechen, beziehungsweise Volumen. Denn da hat es G&G leider noch nie so mitgehabt. Bedeutet, ihr habt es vielleicht im Krono gesehen, auch bei 0,3 Gramm BBs creept die Waffe jetzt nicht stärker nach oben. Bedeutet, wenn es Volumen passt, kann man eigentlich sagen, dass je schwerer ihr geht, bekommt ihr minimals ein bisschen mehr Energie raus. Je nach Kugelgewicht. Wenn das Volumen für dieses Kugelgewicht ausgelegt ist. So, und hier liegen wir bei einem Verhältnis von gerade mal 1,7 zu 1. Bei der Lauflänge von 330 mm. Bedeutet, hier ist ein Standardtyp C Zylinder drin. In Kombination von einem 6,08 mm Innenlauf. Bedeutet, für 0,3, 0,32 oder vielleicht sogar 0,6 Gramm BBs langt euch die Luftmenge hier innen drin leider nicht aus. Hier würde ich empfehlen, eine Nummer größer zu gehen oder im besten Fall für 0,32 oder 0,6 Gramm BBs im besten Fall direkt gleich in den geschlossenen Zylinder rein. Denn lieber hat man ein bisschen zu viel Volumen drin wie zu wenig Volumen. Wie auch schon häufig angesprochen. Also hier Volumen für schwere BBs könnte man ein kleines bisschen optimieren. So, der Zylinderhead ist hervorragend. Ist ein CNC-gefräster Zylinderhead aus Aluminium. Kleine Besonderheit aber mit einem sehr, sehr kurzen Nupsi-Stutzen hier vorne drauf. Bedeutet aber auch, ihr würdet zwar rein von der Passung Standard V2 Zylinderheads reinbekommen. Hier muss aber der Stutzen deutlich kürzer sein. Denn auch die Nozzle ist ebenfalls super. Ist ein Aluminium-Nozzle mit O-Ring, dichtet sauber ab. Aber die Länge gerade einmal 14,85 mm. Bedeutet, ihr habt hier gerade mal eine 14 mm Nozzle drauf. Und die ist wirklich schon sehr, sehr klein und sehr, sehr nupsig. Wie gesagt, kann man gar nichts kritisieren. Dichtet alles hervorragend ab. Auch der Sitz vom Zylinderhead im Zylinder ist wirklich tadellos. Denn auch hier habt ihr zwei fette O-Ringe einmal drauf. Bedeutet Double O-Ring, zwei O-Ringe. Zylinderheadhead wird sauber gehalten. Nur das Sorbo-Pad hätte G&G vielleicht noch ein bisschen größer und ein kleines bisschen weicher machen können. Denn das ist einfach nur so ein ganz dünner Gummilappen, der hier direkt aufs Alu einmal aufgeklebt wurde. Also von Schockabsorption kann man hier eigentlich nicht wirklich sprechen. Und wie gesagt, hätten sie einfach ein Plastikstück aufklebt, wäre es das gleiche gewesen. Kann hier also so gut wie nicht nachgeben. Hier werde ich bei meinem Modell vermutlich nochmal schön abschleifen, dass er schön plan ist, der Original-Gummi. Und dann werde ich mir vermutlich ein 2 mm Sorbo-Pad mit 50 Shore einmal aufkleben, um einfach den Aufprall ein bisschen rauszubekommen und die Gearbox auch noch ein kleines bisschen zu schonen. Wie gesagt, Sorbo, naja, ausbaufähig. Wirklich Sorbo kann man das kleine, labbrige Ding da nicht wirklich nennen. Dann fehlt uns letztendlich nur noch der Pisten sowie der Pisten-Head. Und hier finden wir letztendlich die Standard-G&G-Teile vor, die wir auch schon aus den anderen, etwas hochwertigeren Modellen gefunden haben. Bedeutet hier nicht der Kunststoffzahnpisten, sondern hier der gute G&G-Pisten aus Poliamidkunststoff mit 15 vollen Stahlzähnen unten drauf. Bedeutet auch mit diesen Pisten wäre es euch möglich, mit dem AOE noch ein kleines bisschen nach hinten zu gehen. Allerdings aufpassen, wollt ihr hier mit einem besseren Pisten-Head arbeiten, mit zwei Ohrringen oder mit einem größeren Sorbo-Pad, dann benötigt ihr einen Pisten mit 14,5 Zähne. Bedeutet, der Zahn hier muss auch noch bis zur Hälfte reduziert sein. Ansonsten kann es passieren, dass ihr hier mit dem Sektor-Gear falsch reingreift. Wäre verheerend, könnte hinten klemmen. Aber wie gesagt, out of the box, wirklich sehr, sehr guter und haltbarer Pisten. Nur der Pisten-Head ist auch mittlerweile leider ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, es ist ein ganz normaler PA-Pisten-Head aus Kunststoff. Hat man früher bei der schwarzen Variante, hat man immer mal wieder das Problem gehabt, dass der hier vorne abgebrochen ist, der vordere Bereich. Ist jetzt aber bei der roten Version nicht mehr der Fall. Allerdings dichtet dieser Pisten-Head im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen leider nicht ganz so perfekt ab. Bedeutet, auch wenn ihr hier mal her schaut, der Zylinder innen drin ist schön gefettet von G&G, auch der Ohrring schön gefettet. Aber dennoch, wenn ich hier vorne den Zylinder-Head einmal zuhebe, ohne Nossel sogar, dann kommt zwar die Kompression, aber der Druck entweicht dann am Pisten-Head. Bedeutet, hier würde man vermutlich nur durch Tausch des Pisten-Heads würde man vermutlich nochmal 0,15, vielleicht sogar 0,2 Joule bei schwereren BBs rausbekommen. Denn jetzt haben wir eben nur ein Verhältnis von 1,7 zu 1 vom Zylindervolumen und dann dichtet auch leider der Pisten-Head nicht ganz perfekt ab. Bedeutet, auch hier werden wir ein kleines bisschen Energie verlieren. Wie gesagt, normalerweise, wenn man den da reinprügelt, dann sollte man den eigentlich halten können, ist hier aber nicht der Fall. Bedeutet, hier geht einfach ein kleines bisschen Luft am Pisten-Head verloren. Und wenn wir dann das Thema auch nochmal aufgreifen in Bezug auf die Fede, die hier drin verbaut ist, gehe ich ganz stark davon aus, dass dies eine M120-Feder ist. Denn die ist schon relativ straff, muss ich sagen. Also eine 100, ja vielleicht 120 M125. Und mit so einer Feder müsste man rein theoretisch, oder kommt man bei anderen Systemen locker auf 1,7 bis 1,8 Joule. Wenn alles perfekt abdichtet, vielleicht sogar auf 1,9. Dieses Modell liefert aber jetzt gerade mal 1,5 Joule für so eine straffe Feder. Dementsprechend, wie gesagt, würde das Volumen passen, würde der Pisten-Head nochmal sauber abdichten, würde man mit der Originalfeder vermutlich deutlich höher kommen. Wenn dann auf dem Spielfeld maximal 1,5 Joule erlaubt ist, dann hätte ich sogar den Vorteil und könnte mit der Feder weiter runter gehen. Könnte also eine schwächere Feder einbauen und dadurch das gesamte System etwas entlasten. Wie gesagt, Feder geschätzt 120 M125, standardmäßig. Der Spring-Guide, den müsste man kennen, ist ein kompletter Stahl-Spring-Guide, also kompletter Kern innen drin und auch die hintere Arretierung. Aus Stahl gefertigt, der Überzug dann einmal aus Kunststoff, damit die Feder einfach nicht so stark nachklingeln kann. Habt ihr, kennt ihr vielleicht bei Spring-Guides, wo der Überzug auch komplett aus Stahl ist, habt ihr meistens oder häufig so ein bisschen so ein Federscheppern und Klingeln vorhanden. Da müsst ihr dann meistens hier ordentlich Fett drauf pinseln, damit das Ganze weggeht. Aber das ist in Ordnung. Auch hinten einmal mit Axiallager ausgestattet. Und was ihr auch sehen könnt, wir haben hier letztendlich ein Vierflügelsystem. Bedeutet, der gesamte Spring-Guide wird hier hinten in der Upper-Gearbox über die Vierflügel schön gerade und sauber gehalten und kann euch eben nicht im Winkel irgendwie wegklappen, wenn dann hier einmal die Federspannung draufkommt, wie zum Wenzifeder sich einmal aufspannt. Also das ist vollkommen in Ordnung. Ob die Flügel vielleicht hätten ein bisschen dicker sein können, sei mal dahingestellt, ist aber Stahl. Und wenn man es nicht übertreibt und hier eine 150er Feder reinballert, dann sollte das Ganze problemlos halten. Dann habt ihr es vielleicht vorhin bei der Demontage schon gesehen. Auch im G3-System verwendet G&G ihren sehr guten IFRID 25k-Motor. Und es war vor, ja, vor drei, vier Jahren war das eigentlich so der beste Motor, den man out of the box bei einer Knifte bekommen hat. Natürlich mittlerweile sind viele Hersteller nachgezogen. Gerade im teureren Segment bekommt man einfach unheimlich gute Motoren mit Neodyn-Magneten drin. Und da muss sich aber der IFRID immer noch nicht davor verstecken. Bedeutet, guter Motor, 25.000 Umdrehungen, sehr starke Neodyn-Magneten vorhanden, bedeutet sehr hohes Drehmoment. Und wie ihr bei den Gears vielleicht gerade schon gehört habt, leider eiert mein Gearset ein bisschen, beziehungsweise das Spörgi eiert ein kleines bisschen. Und dennoch lutscht der Motor das ganze System problemlos weg. Also Kraft ist definitiv ausreichend vorhanden. Und wenn man sich mal überlegt, die etwas älteren oder vor zwei, drei Jahren hat man sogar den IFRID mit einer 150er Feder noch kombiniert. Also das macht den Motor problemlos mit. Klasse Motor. Auch hier habe ich für euch die Werte wieder ausgelesen. Beim Standardsystem mit einem vollgeladenen 11,1 Volt Akku. Bedeutet Werte bei 12,6 Volt. Hier liegen wir bei einer Zyklenzeit bei 70 Millisekunden. Der Verbrauch im Durchschnitt 0,52 Milliampere Stunden. Und auch die Ströme können sich sehen lassen. Im Peak gerade mal 70 Ampere und für den Zyklus 31 Ampere. Bedeutet ihr müsst jetzt hier auch nicht die größten, fettesten 11,1 Akkus verwenden. Irgendwie mit 60, 70, 80 C oder sowas. Sondern diese ganz normalen Airsoft Triple Sticks, die man herbekommt, sage ich mal so mit 25, 30 C, sind hier für diesen Motor locker ausreichend. Also sehr, sehr guter Motor. Was ihr nur beachten müsst, ist leider das Pinion Gear. Das ist zunächst einmal bei G&G leider verpresst. Bedeutet ihr könnt hier nicht einfach nur irgendwie einen Gewindestift aufmachen, das Ganze dann tauschen. Und hier das Original Pinion Gear von G&G ist leider zu sehr wenigen anderen Gearsets kompatibel. Bedeutet, wenn ihr das System mit 11,1 Volt mit 13,1 Gears zum Beispiel verwenden möchtet, dann seid ihr vermutlich genötigt, auch den Motor zu tauschen oder das Pinion Gear neu zu verpressen. Wenn ihr das neue abziehen könnt und verpressen könnt, ist ja gut. Die meisten bekommen das aber nicht hin. Bedeutet, wollt ihr jetzt ein 13,1er Gearset mit dem Pinion Gear kombinieren, dann könnt ihr den Motor noch so gut einstellen. Ihr bekommt im Regelfall immer ein Kreischen auf das System drauf. Denn hier weicht das Modul, beziehungsweise die Zahnflanken, weichen bei G&G leider im Vergleich zu Standard Pinion Gears ein kleines bisschen ab. Wie gesagt, das zu beachten, aber nur, falls ihr doch schnellere Gears haben möchtet. Gut Leute, und abschließend lasst uns über das Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen. Hier zunächst einmal, wie ist das ganze Hop-Up-System einmal aufgebaut, wie funktioniert das Ganze. Dazu schauen wir uns zunächst mal die Hop-Up-Kammer an. Und das ist letztendlich ähnlich von der Funktion wie bei einer GBB. Bedeutet, genauso oder ähnlich aufgebaut, auch wie bei diesem SMG GBB von G&G, diese GTP9 SMG da. Auf jeden Fall auch hier letztendlich Hop-Up-Kammer, die wird arretiert an der Upper-Gearbox. Habt ihr bei der Demontage schon gesehen. Und dann habt ihr hier oben letztendlich einmal euren Lever, beziehungsweise euren Hop-Up-Arm einmal drin. Dieser wiederum ganz normal kompatibel zu 3 mm Tensionern. Schauen wir uns dann später im Detail an. Jetzt läuft von vorne, läuft dieses Teil rein mit einer circa 60 Grad Phase. Beziehungsweise hier so eine kleine Rampe mit 60 Grad. Also nicht ganz so steil, 45 Grad, wie man es zum Beispiel bei VFC von den GBBs kennt. Sondern hier die Rampe nicht ganz so steil, also ein kleines bisschen länger gezogen. Dadurch auch das Hop-Up etwas feinfühliger zum Einstellen. So, dieses Bauteil sitzt vorne auf der Hop-Up-Kammer einmal drauf, wird immer über eine Feder nach vorne gedrückt. Bedeutet, wenn das Ding ganz vorne ist, habt ihr kein Hop auf eurem Lever oder auf eurem Arm oben drauf. Erst wenn ihr jetzt von vorne an der Gasabnahme, an dem Rädchen oder an der Schraube dreht, drückt ihr sozusagen diese Rampe hinten gegen den Lever dagegen und baut dementsprechend dann mehr Druck auf. Das Ganze wird so umgesetzt. Habt ihr vielleicht bei der Demontage schon gesehen, ihr habt letztendlich hier so ein Aluröhrchen vorne auf diesem Schieberteil drauf. Und dieses ganze Teil läuft im Outer. Jetzt habt ihr im Außenlauf oder im Outer, habt ihr hier vorne so eine kleine Fräsung dran, so ein kleines Langloch. Und das ist genau hier, wo die Gasabnahme letztendlich sitzt. Bedeutet, hier sitzt die Gasabnahme einmal drauf und in der Gasabnahme habt ihr dann hier diesen kleinen Schieber, da habt ihr die Stahlschraube und so eine kleine Feder mit so einer kleinen Stahlkugel drin. Und diese arretiert immer bei 90 Grad. Bedeutet, immer bei einer Viertelumdrehung habt ihr ein Klicken vorhanden. So, und dann habt ihr hier eben dieses Gewinde. Über dieses Gewinde schiebt ihr letztendlich diesen gesamten Block weiter nach innen rein oder weiter nach vorne. Gleichzeitig hängt unten an dem Block so ein kleiner Stahlpin dran. Dieser kleine Stahlpin wiederum geht letztendlich hier innen rein und drückt von innen letztendlich gegen dieses Aluröhrchen. Und dadurch bewegt ihr quasi das Aluröhrchen nach hinten oder nach vorne. Wie vorhin schon kurz angesprochen, es lässt sich super einstellen, keine Frage. Ihr könnt da auch ruhig ein bisschen gröber zur Sache gehen. Mal drei Umdrehungen, vier Umdrehungen, also der Hopp selbst lässt sich unheimlich fein einstellen. Ein kleiner Nachteil allerdings, ihr braucht halt irgendwie ein Centstück oder einen Schlitzschraubendreher, um überhaupt euren Hopp einstellen zu können. Also da bin ich immer noch ein Fan ein bisschen von den Rotary, von den Standard-Rotary Hopp-Up-Kammern. Denn da könnt ihr einfach von der Seite reingehen, ein bisschen dran drehen, fertig. Braucht also kein Werkzeug dafür. Wäre vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen, wenn sie hier vorne dran auch irgendwie so ein gerendeltes Rädchen gemacht hätten, nach vorne raus aus dem Vorderschaft, damit man quasi einfach mit der Hand oder mit den Fingern hätte drehen können und nicht extra jetzt ein Werkzeug dafür braucht. Wie gesagt, wäre meiner Meinung nach auch etwas benutzerfreundlicher gegangen, damit das Ganze eben auch ohne Werkzeug möglich ist zum Einstellen. Lasst uns also die Bauteile noch im Detail durchsprechen. Fangen wir erst mal beim Lauf an. Bei den technischen Daten schon mitbekommen, Standard-AEG-Lauf, das Ganze aus Messing gefertigt. Länge sind 330 mm mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Bedeutet, hier gehen viele Hersteller mittlerweile auf 6,03 mm. G&G verbaut hier leider weiterhin 6,08. Bedeutet, euch geht einfach um die Kugel herum etwas mehr Luft verloren wie bei einem 6,03er Lauf. Auch das wieder nur relevant, wenn man vom Kugelgewicht hoch geht, denn wie gerade schon angesprochen vorhin, Verhältnis 1,7 zu 1. Hätten sie vielleicht einen 6,03er verbaut, hätte man vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Volumen rauskitzeln können. Wie gesagt, hier 6,08 mm. Die Qualität ist aber sehr gut. Bedeutet, auch hier hinten, wenn ihr mal reinschaut, nach jetzt knapp 1.000 Schuss, hat man gerade mal unter der Patchfläche so ganz, ganz minimals leichte weiße Schlierer drin. Bedeutet, er ist einfach schön aufpoliert, keine Kratzer drin. Da, wenn ihr euch mal etwas günstigere Messingläufe euch anschaut, mit Bio-BBs nach 1.000 Schuss, da habt ihr da hinten unter der Patchfläche so einen richtigen weißen Schmanz drin dran hängen oder Abrieb dran hängen. Je nachdem, wie glatt die Oberfläche eben ist, ist hier bei diesem Lauf wirklich tadellos, muss man sagen. Also die Qualität stimmt. Das Hop-Up-Fenster hat eine Fräsung oder eine Länge von exakt 5 mm. Also 100% 5 mm. Und vorne kann man vielleicht noch was Positives ansprechen. Kleiner O-Ring eingearbeitet. Bedeutet, der inner oder der Lauf wird im Außenlauf oder im Outer schön sauber zentriert gehalten. Kann nicht irgendwie rumklappern innen drin. Und auch liefert uns G&G den Lauf mit einem sehr langen Trichter. Bedeutet, hier zieht sich so eine Phase so circa 10 bis 12 mm tief ins Innere rein und geht dann langsam von innen bis nach vorne auf. Bedeutet, hätte man zu viel Volumen, könnte die überschüssige Luft hinter der Kugel ja sauber abgeführt werden. Daher wir nicht wirklich viel Volumen drin haben, macht sich jetzt der Trichter aber nicht wirklich bemerkbar. Wenn ihr aber einen Type-F-Zylinder reinmacht, also einen geschlossenen für mehr Volumen, dann wiederum ist diese Phase oder dieser lange Trichter vom Vorteil, muss man sagen. Also wie gesagt, 6,08 mm, aber die Qualität wirklich klasse. So, wenn man sich jetzt die Hop-Up-Kammer mal anschaut, sprechen wir die auch kurz im Detail durch. Die ist komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, von der Qualität wirklich klasse. Man sieht also keine unsauberen Stellen, keine Spritzgussnähte oder sowas. Und auch von der Arretierung in der Upper-Gearbox wirklich hervorragend. Habt ihr vorhin schon gesehen, habt ihr seitlich dieses Klick-System dran, diesen Schieber, wo das Ganze quasi verriegelt wird. Sitzt dann schön sauber vorne an der Gearbox dran. Bedeutet, die Nozzle, oder wie soll ich das erklären? Ihr kennt es vielleicht, wenn die Hop-Up-Kammer zu schwach gefedert ist. Im Regelfall wird ja eine Standard-Hop-Up-Kammer immer Richtung Gearbox nach hinten gedrückt, über eine Feder. Ist diese Feder zu schwach, kann die Nozzle, die Hop-Up-Kammer, ganz leicht von der Gearbox etwas wegdrücken. Oder auch, wenn das Magazin nicht zu 100% kompatibel ist, auch dann kann man übers Magazin die Hop-Up-Kammer etwas wegdrücken. Und dann passt natürlich der Übergang von der Nozzle zum Hop-Up-Bucking nicht mehr. Um dieses Problem eben zu beseitigen, verarretiert oder verriegelt, geh und geh die Hop-Up-Kammer hier vorne direkt an der Gearbox. Bedeutet, die Nozzle kann hier die Hop-Up-Kammer nicht nach vorne wegdrücken. So, worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, wie gesagt, die Qualität ist wirklich klasse, Poliamid-Kunststoff. Worauf ich jetzt aber hinaus möchte, wenn ihr euch den oberen Durchgang für den Tensioner anschaut, geht man jetzt eigentlich davon aus, hey, der ist ja mega super lang da oben, da bekomme ich ja auch problemlos irgendwie ein 7mm-System rein. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Bedeutet, der Lauf oder der Inner taucht hier über den C-Clip sehr tief in die Hop-Up-Kammer ein, so circa bis zu diesem Punkt. Und wenn ihr dann euch anschaut, wo letztendlich die Ausfräsung vom Lauf sitzt, werdet ihr feststellen, dass diese schon bereits sehr weit hinten sitzt. Bedeutet, ein 7mm-System oder ein 7mm-Tensioner ist euch nicht möglich, denn ihr habt zwar nach vorne ausreichend Platz, aber nach hinten nicht mehr. Bedeutet, der Tensioner würde euch hinten an der Wandung einmal anstehen. Standard 5mm-Tensioner, langgezogene, abgerundete, sind aber hier problemlos kompatibel. Bedeutet, wenn ihr einfach ein höheres Kugelgewicht verwenden möchtet, sage ich mal ab 0,3g aufwärts, dann könnt ihr hier auch problemlos ein ganz normales Bucking reinmachen, ist alles problemlos kompatibel. Und ebenfalls das Ganze mit einem 5mm langem Tensioner kombinieren. Denn standardmäßig, wie vorhin auch schon angesprochen, am Anfang beim Thema Hop-Up-System, verbaut hier G&G weiterhin ihr Backs, beziehungsweise V-Shaped Bucking. Das ist bekannt, das könnt ihr auch sehen. Letztendlich keine große Patch-Bleche, sondern nur zwei so kleine Nupsies drin, die quasi links und rechts auf die BB einmal draufdrücken. Und dadurch sind eben selbst mit Maximum-Hop, also Schraube auf Anschlag, sind maximal 0,3g wirklich möglich. Ihr bekommt aber diese auch nicht irgendwie zum Überhoppen. Also euch fehlen einfach die Reichweite und die Reibung von diesem Bucking. Und kombiniert wird das Ganze auch mit einem sehr weichen Standard 3mm Tensioner oder Nub, der innen drin sogar hohl ist oder ein Loch drin hat und dementsprechend hier sehr stark einmal nachgeben kann. Also wir halten fest, wollt ihr in dem System standardmäßig bis maximal 0,28g verwenden, dann ist das in Ordnung. Möchtet ihr 0,3, 0,32g oder 0,36g aufwärts verwenden, dann würde ich auf ein besseres Bucking und auf einen besseren Tensioner wechseln. Ob ihr jetzt da irgendwie ein Flamingo-Bucking reinmacht, ob ihr euch ein R-Hop-Bucking reinmacht, was ihr verwendet, ist ganz euch überlassen. Nur eben halt Standard 5mm-System, kein 7mm-System. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Review zur G&G SGR 556. Und wir sprechen natürlich wieder alle Punkte im Detail durch. Was finde ich jetzt klasse an dem Modell? Was finde ich vielleicht nicht ganz so gut? Und wo würde ich sogar ein kleines bisschen kritisch werden? Ich habe mir hier wieder für euch sehr viele Punkte notiert, gerade aus den letzten, keine Ahnung, zwei Stunden, damit ihr wieder so eine kleine Zusammenfassung habt. Fangen wir erst mal beim Positiven an. Und hier finde ich gerade das G&G, was das Design angeht, ja, wieder eine AR-15 abliefert, aber eine sehr moderne und sehr stimmige AR-15. Bedeutet nicht dieser handelsübliche Standardrunde AR-15-Receiver, sondern wunderschöne Katzeimer drin, sehr kantig, sehr modern gehalten, wunderschöner Übergang hier vom Receiver in den Vorderschaft rein. Haben sie einfach klasse gemacht. Also das gesamte Design würde ich sagen, einen Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt ist auch die Verarbeitungsqualität. Auch hier auf einem extrem hohen Niveau, würde ich fast sogar sagen, teilweise besser wie VFC an manchen Stellen. Es gibt hier letztendlich nur einen kleinen Punkt, den ich wirklich ein bisschen schade finde. Das ist, dass der Spannhebel hier oben doch ein kleines bisschen schwach gefedert ist und ein kleines bisschen schwabbeln kann. Habe ich euch gesagt, stört euch das, dann macht ihr einfach hier oben auf die Oberfläche ein, zwei Lagen ISO-Band drauf oder ein bisschen Klebeband drauf, damit der hier einfach ein bisschen besser fixiert wird oder geführt wird. Letztendlich braucht ihr diesen natürlich nicht wie bei einer anderen Knifte oder bei anderen Modellen, da ihr hier innen drin eh keinen Hop-Up einstellen könnt. Wie gesagt, das ist ein bisschen schade. Ansonsten wirklich klasse Passgenauigkeit. Receiver hervorragend, kein Wackeln drin, obwohl es ein Split-Design ist. Und auch S-Rohr oder der Outer sitzt hervorragend in den Vorderschaft drin. Also schön gerade, schön zentriert und hat hier vorne absolut null Spiel. Klasse Verarbeitungsqualität ebenfalls ein großer Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt, natürlich aufgrund des Split-Designs auch ein unheimlich modernes und zugängliches Federschnellwechselsystem. Einfach hinteren Pin drauf, ein bisschen aufklappen, Spring-Guide raus, andere Feder rein, fertig. Habt ihr auch hier in zwei, drei Minuten eine andere Feder für euer entsprechendes Spielfeld einmal installiert. Und auch hier muss man wieder ansprechen, beim Thema Federschnellwechselsystem, dementsprechend ist Modell auch wieder sehr flexibel einsetzbar. Wollt ihr mit 1,8 spielen, absolut kein Problem, andere Feder rein. Wollt ihr runtergehen, spielt ihr in einer Halle oder auf einem kompakten Gelände, dürft ihr nur ein Schuh spielen, andere Feder rein, ein bisschen schwächere, fertig und drosseln das ganze Modell. Also auch hier Federschnellwechselsystem und dementsprechend die resultierende Flexibilität, ein Pluspunkt. Dann natürlich modernes EFCS- und MOSFET-System drin, mit optischen Sensoren, Zyklenüberwachung, Akkuüberwachung, sogar jetzt mit der Bolt-Catch-Funktion einmal, finde ich einfach klasse. Also sehr, sehr gutes EFCS-System, hier bereits drin verbaut und auch der Abzug letztendlich vom Abzugsweg einstellbar, wie man es auch von einem Gate Titan kennt, finde ich einfach geil. Sehr, sehr gutes EFCS oder sehr gute ETU in diesem Modell verbaut. Da gibt es nur einen kleinen Punkt, da komme ich dann später nochmal darauf zu sprechen. So, nächster Punkt, wie gerade schon angesprochen, ihr habt den Bolt-Catch-Lever mit Funktion. Die Knifte hört auch wie bei anderen modernen ERG- und G-Modellen automatisch auf zu schießen, wenn das Magazin leer ist, wie bei einer Scharfwaffe auch. Bedeutet Magazin rein, neues Bolt-Catch- oder Verschlussfanghebel drücken, weiterspielen, wie bei einer Scharfwaffe. Da muss ich auch sagen, ich gebe es jetzt als Pluspunkt, aber ob man auf dieses Feature wirklich Wert legt, das muss jeder selbst entscheiden. Meiner Meinung nach hätten sie darauf auch verzichten können, dann hätten sie auch eine ganz normale Hop-Up-Kammer im Rotary eventuell einbauen können. Wie gesagt, für mich neutral, für euch vermutlich positiv. Also Bolt-Catch-Lever mit Funktion. Nächster Pluspunkt ist der IFRIT 25K-Motor, wie bei vielen anderen modernen Systemen auf dem Markt, im gleichen Preissegment. Einfach ein sehr, sehr guter Motor, muss man sagen. Neodyn-Magneten drin, sehr viel Drehmoment vorhanden und dementsprechend lutscht der Motor auch problemlos stärkere Federn weg. Und auch von den Strömen her, mit maximal 70 Ampere im Peak und bei einem Verbrauch bei 0,5 mAh pro Zyklus ist der Motor also immer noch klasse. Muss ich also nicht vor anderen High-Torque oder Super-High-Torque-Motoren verstecken. Guter Motor out of the box. So, nächster Pluspunkt, hätten wir vielleicht bei der Verarbeitungsqualität noch mit reinnehmen können, gebe ich aber extra. Das ist die Oberflächenbeschichtung. Hier eben nicht, wie bei den meisten anderen Herstellern, sehr glatt von der Beschichtung oder von der Beschichtung, sondern hier eher ein bisschen körnig und ein bisschen rau. Bedeutet, das Material oder die Oberfläche fühlt sich sogar noch ein bisschen hochwertiger dadurch an. Also ich finde die Beschichtung wirklich klasse und auch deutlich kratzresistenter, wie wenn jetzt das Aluminium zum Beispiel nur eloxiert gewesen wäre. Kennt ihr vielleicht, legt ihr das Ding mal irgendwo auf dem Stein oder irgendwo in den Kies rein, habt ihr Kratzer in der Eloxal-Schicht drin. Das passiert euch bei dieser groben oder bei dieser rauen Beschichtung eben nicht so schnell. Also Beschichtung gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt, natürlich gebe ich auch bei anderen Systemen immer, dementsprechend auch hier, das ganze Modell komplett beizeitig nutzbar. Bedeutet, Feuerwallhebel läuft übrigens hervorragend, schön snappy das Ganze, kein Spiel vom Schützen aus auf der rechten Seite vorhanden und läuft letztendlich genauso geil wie vom Schützen aus auf der linken Seite. Finde ich klasse. Und eben auch der Magazinauswurf vom Schützen aus rechts, erstmal mit so einer erweiterten Druckplatte, ist schön zu erreichen, aber das Ganze eben auch vom Schützen aus auf der linken Seite mit Funktion. Dementsprechend auch für Linksschützen dieses Modell ausgelegt. So Leute, dann kommen wir zu den Neutralpunkten. Da fangen wir erstmal an. Mein erster Neutralpunkt ist leider das Spörgear in meinem Modell, denn das eiert. Bedeutet, habt ihr im Klangbild mitbekommen, habt ihr auch gerade bei den Internals mitbekommen, leider das Spörgear bei mir irgendwie ein bisschen schräg verpresst und dadurch eiert es und dadurch ist das ganze System bei mir leider auch etwas lauter. Was ich euch aber auch angesprochen habe, ich hatte schon sehr viele G&G Modelle und die haben alle das gleiche Gearset drin letztendlich. Da ist es mir noch nie in den letzten Jahren vorgekommen, dass ich mal ein Spörgear hatte, was nicht gepasst hat. Also es ist wirklich das allererste Mal in den letzten 6, 7, 8 Jahren, wo ich mal ein Gearset von G&G habe, wo das Spörgear leider eiert. Wie gesagt, würde ich nur als Neutralpunkt geben, denn das kann wirklich nur ein Montagsmodell sein. Also im Regelfall sind die G&G Gears wirklich klasse. Dementsprechend ist leider so, dementsprechend Neutralpunkt. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Neutralpunkt und ich habe euch jetzt beim EFCS und bei diesem Bolt Catch oder Verschlussfangsystem bereits angesprochen. Ihr habt jetzt hier innen drin eben keine Rotary Hop-Up-Kammer. Bedeutet, ihr stellt das Hop-Up von vorne an der Gasabnahme mit einem Schlitzschraubendreher ein. Da bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Zunächst mal muss man sagen, das Hop-Up-System funktioniert wirklich klasse und lässt sich auch sehr geil einstellen. Also sehr feinfühlig über Klicks. Funktioniert klasse. Kleines bisschen schade allerdings, warum brauche ich da einen Schlitzschraubendreher dafür? Warum hat man nicht einfach die Schraube nach außen gezogen, vielleicht nochmal einen Zentimeter, hätte sie dann gerändelt außen und dann hätte ich einfach mit dem Finger hier vorne meinen Hop einstellen können. So bin ich dazu genötigt, hier irgendwie ein Werkzeug zu nehmen oder einen Schlitzschraubendreher, damit ich hier das Hop-Up einstellen kann. Also das finde ich innen drin über eine Rotary finde ich das leider deutlich benutzerfreundlicher. Also G&G, wenn ihr da was optimieren möchtet oder verbessern möchtet, macht die Schraube, die Hop-Up Adjustment Screw, macht die ein bisschen länger, rendelt sie außenrum, damit ich hier vorne einfach drehen kann. Deutlich benutzerfreundlicher. Also hier, wie gesagt, Hop-Up super, gibt es gar nichts zu kritisieren, aber Einstellung nicht ganz so benutzerfreundlich wie bei einer Rotary, die von innen einstellbar ist. So und der nächste Neutralpunkt und auch wirklich nur Neutralpunkt, das ist allgemein das Thema Kugelgewicht, Volumen und Hop-Up. Denn so wie die Knifte kommt, natürlich ist für den asiatischen Raum einmal ausgelegt, bedeutet 0,25, 0,28. Und dafür ist auch das Volumen und das Hop-Up System selbst ausgelegt. Bedeutet, wir liegen hier bei einem Verhältnis vom Zylinder zum Lauf bei 1,7 zu 1. Wenn ihr also 0,3 oder 0,32 Gramm BBs verwenden möchtet, dann langt euch erstmal der Druckaufbau vom Hop-Up nicht. Bedeutet, die BBs werden sehr schlecht gehoppt und gleichzeitig geht euch sogar die Luft aus, da zu wenig Volumen vorhanden ist. Möchtet ihr also 0,32 oder 0,36 Gramm BBs verwenden, Zylinder tauschen, Typ F rein und Hop-Up Bucking und vielleicht sogar den Tensioner einmal ersetzen. Denn es kostet nicht so viel Geld und dann kann man das Modell eben auch mit schweren BBs problemlos verwenden. So, jetzt muss ich leider noch zwei Kritikpunkte mit aufnehmen, die ich wirklich sehr schade finde. Wenn man schon das ganze System neu entwickelt, da haben sie meiner Meinung nach nicht wirklich dazugelernt im Vergleich zur alten ETU, denn wir haben immer noch hier hinten in der Buffer-Tube unheimlich viele und unnötige Kabel drin. Bedeutet, da laufen fünf Kabel rein, da hinten in die Buffer-Tube, gehen alle zu einer Platine, von der Platine wieder raus, hinten zu einer 30 Ampere Sicherung. Das ist alles unnötig viel Platz. Und das hatten sie schon bei ihrer alten ETU, damit man einfach bei einer G&G immer weniger Akkukapazität verwenden konnte, wie bei anderen Systemen. Und hier haben sie das Ganze aber nicht verbessert und nicht dazugelernt. Finde ich ein bisschen schade. Bei anderen Modellen mit einer ETU, mit einem Titan, mit einem Aster, da laufen zwei Käbelchen da hinten durch und fertig. Nein, G&G ballert uns die ganze Buffer-Tube mit Kabel voll. Dadurch resultiert leider auch der Platz für den Akku. Habe ich euch gezeigt, nur so kleine, kurze Triple-Sticks hier hinten letztendlich drin möglich. Finde ich ein kleines bisschen schade. Also hier vielleicht G&G, wenn ihr mal nochmal eine ETU macht, schaut doch, dass ihr da hinten ein bisschen mehr Platz gewinnt. Wie gesagt, so viele Kabel, sind bei anderen Systemen nicht vorhanden. So, und dann leider der zweite Kritikpunkt, den ich geben muss, was ich auch ein bisschen schade finde, denn gerade das haben eben andere G&G-Modelle nicht. Das ist die Magazinkompatibilität. Gerade mal das Symer Stahlblech-Magazin funktioniert einigermaßen, klappert aber wie ein Hund sei ein Schwanz. Und das E&C P-Magazin, das sitzt aber ein bisschen zu straff drin im Magazinschacht. Ansonsten funktionieren bei meinem Modell wirklich nur die G&G-Magazine. Alle anderen Magazine, PTS, Lonex, Symer P-Magazin, Arcturus, entweder arretieren sie nicht oder das Magazin fällt einfach von alleine raus beim Schießen. Also hier müsst ihr dann hergehen und müsst quasi, wenn ihr schon so viele Magazine zu Hause habt oder PTS-Magazine und es fällt automatisch raus, dann müsst ihr in den Magazinschacht vom Schützen aus auf der rechten Seite, also gegenüberliegend vom Magazinhalter, müsst ihr innen drin eine Lage Velcro aufkleben, dass das Magazin etwas stärker Richtung Magazinhalter hingedrückt wird. Ansonsten arretiert es nicht und fällt raus. Also hier ein bisschen schade, Magazinkompatibilität bei dieser SGR556, ja eher, ja muss man ein bisschen basteln oder halt Velcro verwenden. Bisschen schade, muss ich leider einen Kritikpunkt geben. So Leute, das soll es gewesen sein. Zusammengefasst, wie gesagt, ich kenne den aktuellen Preis nicht. Ich weiß nicht, für wie viel dieses Modell in Deutschland verfügbar sein wird. Ich schätze jetzt einfach mal ganz grob zwischen 550 und vielleicht 580 bis 600 Euro. Und da muss ich sagen, für ein komplett neu entwickeltes System und für die gute Verarbeitungsqualität mit dem Bolt-Catch-System, mit dem Federschnellwechselsystem, ist das vom Preis her in Ordnung. Ja, es ist sau teuer, keine Frage, aber ich vergleiche es am besten mit ICS-Knifften, auch mit Split-Gearbox, auch mit EFCS, auch mit Super-High-Talk und die kosten alle in diesem Preissegment. Bedeutet, hier ist das G3-System oder ist diese SSG3, wenn sie 600 Euro kosten sollte, ist das definitiv nicht überteuert, sondern passt einfach zu den anderen taiwanesischen Herstellern, muss man sagen. Gut Leute, wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen zu diesem Review? Hab ich irgendwas schlecht erklärt? Habt ihr was nicht verstanden? Ihr wisst Bescheid, jederzeit Kommentarfeld benutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo, Glocke aktivieren und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich natürlich wieder mega drüber freuen und wir sehen uns an der nächsten Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut! ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020